so also okay schiffschraub trinken gibt es straft nicht möchte ich mich noch anmerken den extra abend allein für dich ich hab da ja mir auch erst die tolle predigt von unserem okurion gehört danach waren wir noch ein wenig beschäftigt mit den ganzen dorfbewohner in der preis kirche zu sprechen oder im preis tempel ich durfte leider nicht die schönen schätze klauen danach haben wir uns und haben informationen ausgetauscht und haben uns dazu entschieden dass wir noch mal weitere informationen einholen ich war dann noch mal bei dem versteckten fextempel und habe dort zumindest herausgefunden dass dieser omiöse händler der sohn von wie hieß der noch mal name vergesst ah lachsam oder so fingon lassan fingon lassan genau dass er so sein könnte von ihm und dass wir mit ihm darüber sprechen sollen währenddessen ist auch flavia zur ding gekommen zur schenke und hat dort mit dem kutscher mit einem der kutscher gesprochen und gefragt ob man irgendwo in der gegend richtung nordosten südosten südosten ja eine kutsche verstecken könnte dort hat sie von dem hat sie gesagt bekommen wo man kutschen verstecken könnte und jetzt wollen flavia und ich ein pferd von tronde klauen lion lion eine runde die gegend abbreiten während die jungs jetzt zum händler gehen um noch mal mit ihm zu sprechen aber noch weitere anlaufpunkte für uns hat weil wir bis vor unserer vor unseren neuen erkenntnissen noch nicht wussten wie wir weiter machen soll ich glaube sie waren gerade auf dem weg zum goldenen korn einer 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 schenke im norden um wo die wohl auch die glücksritter und ähnliches gesorgt sich öfter herumtreibt ach dafür haben sie sich jetzt ja und die hatte zwischendurch noch das haus von firunya durchsucht ja habe dort nicht viel gefunden habe dort herausgefunden dass sie wohl für sich selber teile von den gütern die sie transportiert hat abgezweigt hat genau ja und habe dort diesen zettel gefunden der unterzeichnet war mit ol dadurch hattet ihr kam die auf die idee dass es vielleicht dann noch der sohn sein der sohn vom lassan sein könnte genau ansonsten war das glaube ich alles dass die genau die predigt hatte einen größeren teil eingenommen die die szenen im priostempel und dann die durchsuchung von firunias haus war auch recht amnissand so und dann kommen rum zurück so dann wollen wir uns jetzt mal zum goldenen korn begeben wo glaube ich zumindest ron und effer den und ich weiß und ich glaube auch rukurion sich hingegen auf nein ich bin ich bin zu hebelten gegangen wir haben nicht raus denken dass wir ritter sind aber in den brei ausgeweiten wird das unauffällig gefällt in großen mengen nie auf das haben wir schon gelernt im dorf das ist kein problem ja bei den söldner ist der bestimmt hochbekommen genau ok ok geht zum goldenen korn machen wir das goldene korn ja wir machen jetzt das goldene korn direkt und dort hat ihr kommt dort an wie gesagt du kannst das schon von außen sehen du hattest nicht wirklich wahrgenommen dass das ein eine schenke ist weil ganz ehrlich so so richtig als schenke zu identifizieren ist das auch nicht mehr da ist kein tolles schild mehr oder so sondern da ist so auf dem auf der auf dem fosten auf diesem querbald oben auf der tür ist sozusagen ein geritzt goldenes korn ja so sogar so und dann so war wohl mal mit 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 farbe auch gelb unterzeichnet diese dinge aber davon ist auch nur noch die hälfte von da war wohl nicht mit wasser fester farbe und ist durch den regen ausgespült worden das eigentliche schild was da wo man war ist es ist nicht mehr dort und ja und das geht rein und das ist mehr so ja ich weiß nicht sich nicht sehr gemütlich gestaltet hat nicht mal den charme von so einer nach der disco nur besoffenen hängen ab kneipe die dann total verraucht und verrustet wo man dann schon sein frühstück schnitzel essen kann oder sowas nein das ist so mehr so wie so eine große halle mit langen tischen also fast so bierzelt aber aber irgendwie auch nicht nicht so gemütlich und die tische die also die mit das mitten das mobiliar ist mehrfach geflickt und einen komplett intakten stuhl findet man wohl eher nicht und ist denn viel los oder gibt es überhaupt leute gibt es leute mit roten federn oder mit erkennungszeichen die zu der roten feder des weibels passen würden ja es gibt leute mit federn an den hüten tatsächlich es gibt leute ja also die sehen alle so ein bisschen verarmte söldner aus so so der eine hat hier noch so ein schulterpanzer der andere trägt so ein lederwams ja also keine rüstung ist komplett intakte rüstung mehr wie sie mal sein sollte alles will zusammengeschustert ja waffen die liegen in so einem haufen in der ecke ja das auch ganz ungemütlich nicht nicht irgendwie und ja da und man hinter der theke steht so ein halb orc und ja die bediensteten also sie ist eine so schank marty rum rennen die ist auch er ist auch eine halb orc hin aber es ist kein jemand da wo ich sagt das ist passt vom vom federschmuck her zu unserem bible schmuck wir haben eine fehler die wir auf dem bible eines speziellen banner einer speziellen gruppe zu ordnen konnten könnte ich eine fehler zu ordnen wenn ich sie sehen würde die dazu passt das keine ahnung tragen die anhalt keine ich weiß gar nicht was der für eine fehler hatte fasanen fehler sondern halt keine haufen fehler haben andere vogelfedern ja genau gucken wir uns alle an wenn wir reinkommen oder ist es der rot jetzt speziell siehst du keine du sie also nicht in diesem rot du siehst ein anderes rot oder grün ein rot genau das sind aber da bin ich fast nur raus ich bin auch gerade einfach nur begriff die mir einfallen nicht dass ich das irgendwie unterscheiden könnte ich würde kurz zu drange gucken und sonst einfach mal richtung theke stiefeln weil wenn jemand ahnung hat dann der wird ja die wir tun hat und eine bar frau die genau die 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 schankmaid war eine halb orc hin und er war eine halb orc weißt du ich während wir so langsam durch den raum laufen ich hoffe dass es halbwegs voll kurz da die an waffen stapeln ecke haben die alle ihre waffen abgelegt ist das hier scheinbar üblich also ja dann hätte ich tatsächlich auf dem weg noch als vorher eine waffe noch ablegen allerdings so dass ich sie auch tatsächlich vom raum halbwegs erkennen kann wenn jemand hingeht also vielleicht nicht direkt auf den haufen an rand des haufen so dass das relativ klar ist weil unsere waffen dürften etwas höher um qualitätsausch zu sein bisschen sauberer bisschen gepflegter bisschen neuer vor allem wahrscheinlich und weniger genutzt ja und die waffen dann da ablegen ich habe das messer das den deutschler ist ja im gürtel aber ich glaube da wird auch das ist ja eher ein werkzeug als eine waffe dann richtung tegel stapfen natürlich nicht wie sonst hoch aufgerichtet sondern etwas 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 weniger stürmlich sondern halt so keine ahnung wie ich halt nur als unterwegs bin wenn ich nur mit flagia und ihr von der wix bin undercover gucken wir uns alle an nachdem wir reinkommen so nach dem motto wer sind die denn jetzt nicht unbedingt das ist gut dann würde ich genau ich bin unterwegs noch mal fragen wir können die wirtin ja nicht einfach fragen und die fehler auf den tisch legen zu wem die wohl gehört ist doch nicht auffällig oder also müssen die fehler nicht auf den tisch legen aber wir können ja fragen kann ja sagen dass wir mit ihnen noch was geschäftliches zu bereden haben was sollen die besten sein hier am hndi ich würde sie nicht irgendwie protzen weil im endeffekt wenn es die größten wichser sind ja ich pass mir eine begebung an also bitte wir wissen ja nichts über die also wir wollen ja nicht einfach mal ohne begründung nachfragen also ob sie das kennt auch erst kennt und wenn nicht und wenn er fragen stellt dann müssen wir gucken also ihr geht zur theke und knallt die fehler auf den tisch nein wir knallen die fehler nicht auf den tisch ach der uns nö der der zappt wie er lasst die hand schwer auf den tisch fallen das ist nicht so dass ich einfach gefallen lassen ja wird zwei bier und eine frage und ich lasse einen groben passenden münzenwert schon auf den tisch fallen also die frage und eine frage also irgendwie die 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 frage danach was für ein bier kannst du dir sparen du siehst du hat nur ein ting wovon er zapft er hat mich auch gewundert es wird wahrscheinlich auch kein gutes bier solange er nicht aus dem einmal schöpft jaja er füllt wieder auf er geht er geht einmal in die toilette und füllt das bier wieder auf genau denn heute kriegst du den einmal der unterm zapfhahn steht ja nein er nimmt die bier die sind auch schon fertig gezapft ja also da steht so eine ganze reihe also schon ein bisschen wahrscheinlich abgestanden ja vier kreuzer 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 dann kriege ich fünf kreuzer auf den tisch vor allem ist es ein seltener truppe in der stadt der rote federn trägt also ich kann den rot und wahrscheinlich halbwegs einschätzen also hellrot dunkelrot mittelrot war eher so ein dunkelrot also karmicin rot das sage ich nicht sagt dunkelrot ja wahrscheinlich weil ich das karmicin überhaupt ist dass ich das karmicin stein oder weiß ich nicht ich glaube schon das ist der aus koch aus schildläufen gewonnener roter farbstoff er ist auf jeden fall aber es ist dasselbe karmicin karmicin rot er ist ein sehr ist dieses sehr dunkle rot ja wie halt diese schildläuse dunkles rot ich packe ein passende blutvergleich rein weil blut habe ich sicherlich schon gesehen in meiner lebenszeit aber ich habe keine ahnung welches blut wann welche farbe hat und wann es karmicin rot ist ne er sagt so leicht geronnenes blut auf hellen stein so ungefähr das ging am kunstwerk habe ich eine gute vorstellen das bin wird kein keine auskunft ich schnitt noch ein kreuz auf den tisch mach eine ansage vielleicht wenn wenn die herren noch jeweils einen schnapps dazu trinken würden und den preis des schnapps verdoppeln vielleicht würde mir da was einfallen dann gibt uns zwei doppelte und ich gebe dir das für vier und ich zahl vier pro also der schnapps ist natürlich teurer ja also zwei doppelten zusammen kosten acht kreuzer also zahl ich 16 kreuzer plus sechs die da liegen habe ich insgesamt 22 kreuz bezahlt ja ich war wahrscheinlich jetzt auch ein hellern aus weil dann nämlich streich die kreuzer wieder ein und die helle raus also ich trage bei mir tatsächlich immer in die gesamte hat ja schon eingesteckt ach so ja dann kriegt er jetzt halt keine ahnung was habe ich denn jetzt dann er hat schon sechs ich habe 22 22 16 dann bin ich ihm zwar heller auf den tisch und hinterher noch die vier geschenke ist ja auch egal ja während während er verdient das alles bezahlt und mit dem wird quatsch drehe ich mich mit dem rücken zur theke so dass ich in den raum gucken kann und schau einerseits dass niemand an unsere waffen dran geht und schaue mich auch ein bisschen um ob uns irgendeiner besonders muss dann lehne mich so nach hinten so auf den tresen drauf mit meinem bier und trinkt das so entspannt ja das sieht so aus wie top vitus vitus trägt so was da vorne liegen einfach gerade ungefähr 100 zu karten gegenwert 100 zu karten gegenwerten waffen von uns beiden deswegen habe ich mich auch umgedreht dagegen sind die paar helle und kreuzer von einem tigerlitz vitus sagt ja 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 vitus der kommt immer mit seinen kumpels aus wie das der weib ja ja nein ja wir vitus mit zwei kumpels ja sind und ja das spricht aber bände und waren die heute schon da oder sind die da okay das wird aber keine bände zu liegen hat ein haar am anfang verstanden wir sprechen mit ihm na ja wenn ich mich doch nur besser erinnern könnte manchmal ist mein gedächtnis nicht mehr so gut ist ein relativ junger kerl also ja aber nicht jetzt wirklich alt das ja wenn ihr mich so fragt frage so habe ich sie seit trinkt bisher nur was die die beiden schnäpsel stehen ja noch die die beiden für das ende auf zwei tagen nicht mehr gesehen kurz für mich weil ich gerade tatsächlich nicht mehr ganz durchblicke vor zwei tagen wäre der tag der entführung der tag danach ich fühle mich gar nicht mehr sicher wie der aktuelle kalender aussieht wir hatten den preios tag ja heute ist preios tag ja und das war wien tag ist donnerstag wenn ich mich irre oder also die entführung hat in der nacht von hat in der nacht von vor zwei tagen glaube ich stattgefunden ja sag mal das war heute ist preios tag winstag genau winstag ist der erste tag preios tag das heißt vor zwei tagen war der erztag also am tag nach der entführung hat er sie noch mal gesehen alles klar ja okay ja ähm und haben sie da bisschen mehr geld hier gelassen ne aber sie sagten sie wollen sie es mal richtig gut gehen lassen und wollten danach noch haben sie sagte wollen ausgiebig in der roten laterne feiern das war das kuchenhaus oder das ist das war der wobei wenn die dahin gehen eher also begrifflichkeiten wurde dann sehr eleganter begriff für das wo die hingehen waren sie nachmittags da oder abends sie waren abends da sie sahen sehr verschneit aus na ich hab auch geschneit draußen weißt du ob noch mehr zu der zu der zu der schar gehören oder sind es nur die drei ja äh es sind in der regel nur die drei und hat die scharte die sind ja ach die die ist schon längst weiter gezogen schon vor jahren also sind sie einfach zurückgeblieben ja die haben für die die hatten sich für die mit den orcs verdingt und jetzt wohnen die da auf der insel ja genau hm wo kann ich die denn finden wenn ich jetzt mal rübergehe meine ich sehe ich aus als wäre ich lebensmüde und gehe auf die insel auf die insel ja naja 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 stattlich aus oder eher nicht so ja stattlich ja also im sinne von trinkt wahrscheinlich auch recht viel und 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 ist viel also ein bisschen mehr auf rippen hat er schon aber nicht dass er jetzt so der kämpfer wäre dann sage ich trotzdem ach ihr seht nicht aus als wenn ihr euch verstecken müsst nein nein aber auf die insel das ist doch ja ok das ist selbstmord außer ich habe so eine feder am hut meint ihr außer ich gehört dazu man muss nicht unbedingt eine feder haben nicht alle haben federn aber auch die meisten muss mindestens genau so ein harter fixer sein wie die gut dann müssen wir mal gucken ob wir die beiden noch irgendwo auf ob wir nochmal auftreiben schuldern drei meister drei was auch immer wir sehen ja kann man nicht mitwählen Gibt es hier irgendwen mit dem sie öfter gesoffen oder gezockt haben ja einige ja ähm aber wenn der vielleicht grad da ist laufen da hinten laufen da hinten die da da jetzt zeigst du auf quasi alle die da sind ok waren umtriebig habe ich verstanden ja aber keiner mit dem sie jetzt besonders viel rumgegangen haben ja sind die jungs eher beliebt oder alle eher du siehst du die leute die da sogar als zugegen sind und so rumhängen die hängen immer so in so gruppen zusammen und würfeln und zwischendurch gehen mal welche hin und her und tauschen sich aus oder stell dir vor ähm Grundschüler auf dem Schulhof äh nee eher so äh ich wollte eher sagen Oberstufe auf äh auf Abschluss hart oder sowas ja man kennt sich alle untereinander äh aber die Tische sind limitiert in Plätzen und man will irgendwie ja man steht nur auf wenn man genau einen freien Platz zieht das ist ein bisschen wie Reise nach Jerusalem niemand möchte im Raum stehen bleiben oder wird zurücklaufen genau oder äh ich verstehe oder 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 wie gesagt Leute die wirklich immer in der Kleipe sind wo sich alle untereinander kennen und man setzt sich gerade so zusammen wie man wie die wie der Gesprächsstoff oder die 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 Spiele die man spielt sind und sind die Jungs eher beliebt oder genauso unbeliebt wie bei uns also wie wir die unbeliebt oder wie ist die unbeliebt drehen sich Leute um was 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 hast du gesagt wer ist hier unbeliebt und so ein paar Haufen Söldner dreht sich um ähm Vitos und seine beiden Brüder schön die einfach euch auch vermitteln ich will nicht gut gekontert ähm äh Vitos und seine ja die 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 stehen die standen bei jedem in der in der Kneipe äh hier in in hatten die Schulden ähm also müssen wir uns jetzt hinten abstellen um es rauszupacken aber vor ein paar Tagen nein vor ein paar Tagen haben sie alles abbezahlt ah vielleicht haben wir doch noch Glück ich nehme die Schnäpse die da stehen kumpelhaft auf die Schulter ich nehme die Schnäpse die da stehen nehme die so in der Hand ich nehme ein ein kassier ich ein also bitte ein behalte ich ja nehm ich drei hab ich dann noch drei ja 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 also hast du nur einen doppelten Schnäpse für den der mir sagt wo ich die achso das ist tatsächlich ein doppelter weil aufgewand bekommen hat tatsächlich bei doppelte ja zwei einzelne das habe ich denn jetzt zwei Gläser weil du hast drei nein ich sage okay du hast drei okay drei Schnäpse für den der mir sagt äh wo ich die finden kann ähm äh 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 da tritt tatsächlich es treten zwei vor und sagen äh das letzte mal haben sie gesagt sie gehen in die rote Laterne ja das weiß ja jeder was die dahin wollen da sind sie wahrscheinlich nicht mehr ich höre wissen wo sie jetzt sind also wenn man ein bisschen zu bisschen Geld gekommen ist wie die und dann äh in die rote Laterne geht da kann man auch schon mal ein paar Tage da bleiben da sollen die noch sein warst du denn gestern da oder heute schon ja ja klingt nicht genug Geld andere hier von euch der es weiß also ich habe es nicht auskommen sehen aber ich habe ich habe sie aber ich habe sie auch nicht 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 gesehen in den letzten zwei Tagen ich gebe ihm einen netz drei Schnäpse und sag das besser als keine Antwort hier den kann er haben ja was mit mir ich hatte gesagt dass sie zur Laterne wollten wie heißt der Wirt weiß ich das 5 5 5 dann drehe ich sitze ja so mit dem Rücken zu ihm dann zeige ich es über der Schulter das hat er mir auch schon gesagt aber hier will er nicht so sein Gott also gibst du die zwei Schnäpse weg ja und die anderen können dir nichts Neues sagen ja sonst kann er was weiß und trinke ich den Schnaps Gott wollt ihr sonst noch was? nö ich lege das Bier noch weil wir wollen ja unser Bild halbwegs waren und dann würde ich mich auf den Abgang machen mhm und da brennt ihr und dann haben wir auch das Bier getrunken klar hab ich mir ein Bier getrunken natürlich was ist eure Zähigkeit? Zähigkeit? frag dich Dinge wo ist sie denn? ZK 3 ich habe aber Zechen auch 4 Zechen ist nicht so interessant es ist tatsächlich Giftprobe wenn es Zähigkeit ist eher Krankheit Krankheit ist auch schön was war deine Zähigkeit FAD? 2 3 was hast du denn 3 Trondel? kalter Typ äh ich hab bestimmt irgendwas cooles warte woraus setze ich das zusammen? warte K.O. K.O. K.K. K.O. K.O. K.K. 15 15 15 so ja das erklärts naja ist nur das ein paar Erfahrungspunkte ich bin bei 13 14 also äh 13 13 14 ok ja ich wollte ja auch robust sein ja er verdient ich weiß wo er verdient ein Großteil der nächsten Tage verbringen wird shit also genau ja es war eine leichte Krankheit du hast den flinken Liefer dir eingefangen mit diesem pekalisierten bier und äh es hatte nur eine stufe von 1 dadurch dass es verdünnt ist aber ich habe gut gewürfelt und die eine 10 also die eine 10 gewürfelt hat die ja eine 11 ist bei einer stufe von 1 konnte ich mit der 1 tatsächlich noch ausgleichen gegen deine Zähigkeit so viel zum Thema nicht auf dem Eimer irgendwie waren drittes in Kraft ich bin gleich wieder da Moment werden wir dann feststellen in der nächsten Szene ihr verlasst die Kneipe wieder klar gut also waren auch noch alle da sehr schön ich habe ja noch auf dem Ausgehen versucht noch einer äh ich habe die rote Laterne jetzt sichtbar gemacht auf der Karte die ist quasi südlich davon in einem der ummäuerten Häuser früher mal so eine kleine Villa gewesen die dann irgendwie ähm aufgekauft wurde oder durch die Orks dann vergeben wurde aha und ähm ja also eigentlich direkt gegenüber man muss allerdings einmal drum herum um den Block um zum Eingang zu kommen ähm ja also beim rausgehen versucht noch der ein oder andere zu klar äh deutlich zu machen ja das ist aber das ist doch mein Schwert ne ähm wo du dagegen nebenan so einen rostigen äh sagen wir mal äh Andergaster oder sowas liegen siehst während du da deinen äh polierten tollen Zweihänder drum äh hast zwei Stück davon stehen ne wir haben ja doch wir sind mit allen Waffen losgezogen wir sind mit zweihänder und Äxte mit weil wir wollen halt äh klar also klar quasi Eindruck schinden damit ich leg also ähm warte mal zwei Zweihänder zwei äh äh große also ich hab grad mein Zweihänder in der Hand und hab so quasi eine Hand locker am Griff eine locker in der Scheide guck ihn an guck auf meinen Zweihänder guck ihn an guck auf meinen Zweihänder guck ihn an äh äh hab mich vertan hab mich vertan mein Schwert ist das daneben gut wenn überhaupt vielleicht nehm ich das auch noch mit ja das bringt total was wahrscheinlich erster Schlager kaputt wobei du überträgst Krankheit wenn du damit zuschlägst wahrscheinlich das ist hier bei allem so in dieser Kneipe wahrscheinlich ja 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 okay ich äh kann die Karte tatsächlich grad nicht angucken mein Rechner macht das einfach nicht mit Discord mit 6 Videos ist keine Chance aber ist okay ich äh glaub euch das gut gut ähm dann wollen wir noch zu Kurion bevor wir zum spannenden Teil kommen ja danke ja ich meine den spannenden Teil wo wir das letzte Mal aufhören mussten um die Spannung noch zu hören was denn jetzt passiert in der Bildung boah können wir machen ich kann auch ein bisschen warten und gucken wie die nein 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 ja ja genau ähm ich weiß nicht mehr welche Fragen das waren von daher ist das gut ja ja ähm ich geh zu Herrn Hewesen ne kenn wir schon ich geh zu seinem Haus ähm ich werd mich zu ihm vorlassen äh ist er beschäftigt oder komm ich zu ihm durch einen seinen Bediensteten ähm das ist kleine Frage ja ja die ähm ähm es ist es ist ja noch Pryos Tag mhm du würdest jetzt keine ähm Bediensteten sehen beim beim B und N Laden also du siehst niemanden wirklich hier dann klopfe ich dort an der Haustür an der Fronttür wo man normalerweise klopft mit dem Türklopfer hat er wahrscheinlich es dauert ein bisschen und dann kommt die gute ähm ähm Travilena ja oh oh euer Gnaden euch haben wir nicht äh wartet das war eine ganz tolle Predigt heute ganz tolle Predigt und wir sind wir sind wir sitzen gerade alle zusammen beim Essen oder oh sprechen wollt der ist natürlich ein wilder Mann jeden Pryostag zum Mittag oh ähm da da wollte ich jetzt gar nicht stören ähm nun da komme ich ja ein wenig ungelegen da wollte ich ja nun die Traviastunde belegen die gute die gute die gute Suppe ist gerade äh wir sind gerade bei der Suppe komm rein komm rein gut und ich lasse mich dann auch nicht ohne mich groß zu wehren äh hineinbitten und werde wahrscheinlich zur Suppe eingeladen ja also die Suppe ist so eine Hochzeitssuppe wie sie ja in mehr oder weniger jeder äh 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 Region in Deutschland also so eine eher klare äh 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 Rindersuppe ja vom 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 Knochen gekocht mit äh Eierstich drin und 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 klein also die Klößchen die fehlen wahrscheinlich jetzt in äh weil es ja hier nicht so ist und so ein bisschen Gemüse mhm mhm ähm ähm wer ist alles von den Leuten da Davison nicht aber bestimmt andere Leute die Travilena ist da ja 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 ähm nun also wenn ich schon so wo ich eingeladen werde dann möchte ich natürlich auch ähm dieses Angebot nicht ausschlagen ähm ich kann mich da hinsetzen ja das äh gut nein 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 hier und sie geben dir natürlich den Tisch den 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 Platz vor Kopf der ähm Bellomir steht auf und bringt äh trägt so sein 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 ähm Suppenschlüssel rüber äh auf 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 eine der Seiten das muss doch nichts sein das ist dann na gut doch euer Gnaden ihr seid der Ehrensatz nein nein setz euch na gut ich krempel dann so meine 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 Säume so ein bisschen hoch damit die halt nicht so immer rüberhängen ähm wir fangen dann erstmal so zu essen ähm ähm ich habe ein bisschen Smalltalk habe letztens äh gehört dass ähm einer der von Herrn Hewelsens ähm Konkurrenten könnte man sagen ähm ähm deren guten Herrn Lassan dass er einen Sohn hat ähm ja also Travilena und äh Deredan gucken ganz verwirrt die sind auch die beiden jüngsten ähm und Anbrold und äh Belomir gucken sich gegenseitig an und dann guckt der Belomir ja das stimmt poch aber den hat der oh der ich war noch ganz jung ich ich habe gerade angefangen für die Hewelsens zu arbeiten äh noch für den für die Eltern vom Wolf äh gerade bei der Orgbesatzung der hat er ihn fortgeschickt der war noch keine er war noch keine zehn Jahre alt ha und und ist er wohin wurde er geschickt in den Süden um um das zu lernen oder äh war er er wurde mit der Mutter er war noch ein äh er war er war noch äh ja er war noch ein äh ein ein Baby da ist er mit der Mutter hat er ihn fortgeschickt äh um den um den um der Orgbesatzung zu entgehen ja verständlich die Mutter das heißt Fingon Lassan ist verheiratet aber er lebt alleine äh äh ja so viel ich weiß nicht zu viel genaues aber es gibt Gerüchte dass die äh Frau im Exil oder wie man auch immer das nennen will äh verstorben sei nein das ist ja schrecklich auf jeden Fall hat er wohl er er ist wieder neu ähm ähm liiert er hat eine ah er hat äh er hat äh Fingon hat eine hat eine äh eine gute Bekannte ah ja 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 die Mutter ähm ist bekannt wie sie gestorben ist oder äh kam irgendwann ein Brief oder eine eine Nachricht nur Gerüchte nur Gerüchte vielleicht ist sie auch gar nicht gestorben vielleicht hat sie sich auch nur Gerüchte sind interessant Gerüchte sind nun in jedem Gerücht steckt ein Körnchen Wahrheit und ist nicht die Wahrheit etwas wunderschönes Gerüchte vielleicht zusammengesetzt ein Puzzle auf Wahrheiten erzähl die mir ich bin ich bin neugierig zurückgekehrt die ist zurückgekehrt oder nie zurückgekehrt die ist zurückgekehrt die ist zurückgekehrt mhm und der Sohn der Sohn soll zurückgekehrt sein vor ein paar äh nach dem äh nach dem die ungefähr zur selben Zeit wo die Orks zurückgeschlagen wurden wisst ihr wie er hieß das das ist wahrscheinlich wahrscheinlich war er noch wahrscheinlich hatte er auch noch gar keinen Namen als er die Stadt verlassen hat die Taufe findet ja erst zum einjährigen Geburtstag statt und vorher ist es ja nicht üblich einen einen festen Namen zu vergeben ja natürlich natürlich äh gut ich habe meinen Teller ähm soweit ich werde ich gegessen dass es höflich ist und nicht unhöflich äh meine meine werten ich äh muss mich aber leider wieder verabschieden ich danke euch für das mal aber äh die Pflichten eines Geweihten rufen dann nein 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 ihr könnt nicht gehen ohne ohne wenigstens ein Stück Fleisch und äh und äh in dem Moment bringt auch die Chavilena ähm ähm dann äh den äh äh den guten Salzbraten rein ja also so ein Stück äh äh Schweinebraten äh es ist recht klein ich will mal nicht so sein und die Scheiben werden entsprechend dünn geschnitten auch äh weil er jetzt nochmal ein mehr ist und dazu gibt es dann Kartoffeln und äh ja ich sag mal so ein ähm ähm Kohl also so Wirsing oder sowas so ein Sahnekohl oder sowas ich ich würde gerne irgendwo irgendwie eine Probe würfeln hin und weil ich hin hergerissen bin zwischen gutem Essen und guter Gesellschaft und eine Frau ist und führt und irgendwie ist doch die Zeit eilig äh dann weiß ich nicht die die halbe Stunde ob die ob die jetzt was macht aber dann dann schlag du mir vor was du würfeln möchtest und äh eine Selbstbeerschungsprobe äh das wäre aber eher Willenskraft jetzt achso ja stimmt das ist ja ein 5 anders ja ja Willenskraft ist psychische Selbstbeherrschung ja 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 Willenskraft wo ist es Atta du wirst gemutet falls du was sagen wolltest fand ich eine gute Trennung Sehneschärfe dann würde ich gerne auch noch trennen das wollte ich nur random einwerfen wo ist denn wo ist denn geistige Talente das unterste danke oh geschafft Q ist 7 8 8 ist 3 oder 4 Wie geht es was du als Spieler bevorzugst dass er das Essen verlässt ich werde ähm meine Herrschaft ich bin sehr geehrt doch nun eine Frau wurde entführt und jede Minute könnte kostbar sein ich muss mich leider wieder auf den Weg machen Wenigstens ein kurzes Gebet Wenigstens ein kurzes Gebet Selbstverständlich Wörter Herr Pryos und Wörter Herr Entravia ich danke euch für diesen wundervollen Braten und dass es allen mundet und dass es so etwas Leckeres gibt Dicken für die Gemeinschaft und ja dass auch bald wieder alles so ist wie 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 ihr es euch wünscht und dass ja diese Stadt wieder von euch gesegnet wird im Namen der Zwölfe segne ich dieses Mal ok und nun hab doch ein gesegnetes Essen und danke ja gut dann kommen wir zu dem äh zu dem äh zu dem lustigen Teil Flavia und im Stall von Silberstücke wenn ihr nicht das Pferd wieder mitbringt plus Ausrüstung ich hab meine Punkte dreiten nochmals gesteckt zur Sicherheit also ganz ganz spontan ganz spontan ich würde sagen wir nehmen den Wert bevor du gesteigert hast auf dem Weg auf dem Weg vom vom面er vom Sternthaler zum wilden Mann hast du nicht plötzlich reiten gelernt righten konnte sie醒 vorher und ich habe auf seinem Pferd gelernt ok was hattest du was hattest du äh sieben äh was hattest du vorher und jetzt acht wir nehmen die sieben aber gut zu wissen dass du auf seinem Pferd gelernt hast Ja. Er hat mir ja das Reiten beigebracht. Das ist in meiner Vorgeschichte. Dann kannst du ja die Fallhöhe gut einschätzen, wenn du von der runterfällst. Dadurch bekommt sie nicht die Minus ein für ein Pferd, was sie nicht kennt. Oder das sie nicht kennt. Also von daher, das ist schon mal gut. Ja, gilt das auch für das Augenauspicken von deinem lieben Tierchen? Du willst meinem Tier Augen auspicken? Nein, es mir. Warum sollte es hier Augen auspicken? Ja, weil es mich kennt ja eben nicht. Achso. Nein, nein. Also den einen Punkt nehme ich dann für nächstes einfach mal schon mal mit reingenommen, sozusagen. Wie auch immer. In 7 drin. Okay. Ich hab's ja auch tatsächlich noch nicht. Dadurch, dass du das Pferd kennst und das Pferd kennt dich, lässt es sich dann auch von dir ganz normal satteln und zäumen und dann aus dem Stall herausführen, ohne Räusche zu machen oder zu bocken. Ja. Dann steigst du auf. Hif kommt auch drauf? Ja. Ja. Das Pferd ist es wahrscheinlich, wie gesagt, gewichtsmäßig wiegt ihr beide zusammen wahrscheinlich weniger als der Trondon. Wahrscheinlich. Ich war sicherlich so bei 125 Kilo mit Plattenrüstung, ohne Waffen. Also es dürfte kein Problem sein. Ja, noch wenig. So viel hab ich bis vor kurzem selber noch allein ohne Rüstung gewogen. Ja, ja. Also das sieht man nicht. Ähm. 108. Warte mal. 108. 130. 100. 133 ohne Waffen. Mit Waffen. 133. Ich kann auch nicht rechnen, während ihr spielt. Ja, das sind halt die beiden, geh ich mal von aus, wegen nicht so viel zusammen. 140 nur mit Waffen und Rüstung. Plus Ausrüstung. Ja. Also, ähm. Ja, dann könnt ihr beide reiten. Du reitet zum, zum, zum Stadttor hinaus, zum nordöstlichen Tor. Ähm. Und, äh, wie gesagt, äh, welche Geschwindigkeit wolltest du anpeilen? Ich passe die Geschwindigkeit. Eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden brauchst, um da zu dieser Wegstation zu kommen. Also, da ich nicht verfolgt werde, passe ich die Geschwindigkeit, also, ich möchte so schnell wie möglich reiten, sofern es die Gegebenheiten und die Umgebung es zulassen. Das heißt, ich schätze natürlich schon ein bisschen ab, so, wenn ich jetzt hier in vollem Galopp durchreite, äh, und das ist hier aber mit Schnee und Vereis, dann würde ich das natürlich nicht tun, sondern die Gangart des Pferdes natürlich entsprechend anpassen, den Gegebenheiten. Als Beine-Leben-Probe hast du vielleicht, äh, Wettervorhersage noch als Spezialtalent? Oder, äh, wie heißt das? Berufsgeheimnis? Nein, Wettervorhersage habe ich nicht als Berufsgeheimnis. Okay. Pferdes suchen. Aber... Ich habe nur, ich habe nur Entfernung einschätzen. Ne, Wildnis... Zeitgefühl. Äh, das hilft auch nicht. Wildnis... Dann einfach eine normale Wildnisleben-Probe. Mhm. Warte mal, ich gucke gerade. Ne, ich habe herausragender Sinn. Sicht. Das heißt, Sicht dürfte eigentlich, ne? Richtungssinn habe ich und, äh, Entfernungssinn. Es geht um Wildnisleben, um abzuschätzen zu können, wie das... wie die Gegebenheiten unterhalb des Schnees sind. Ne, Moment. Ich brauche einen Würfel. Wildnisleben hat sie doch auch ganz... Spielt ihr es auch? Ich habe keinen Würfel dabei. Oh, guck mal. Hallo, Kien. Ich habe auch jetzt Würfel, aber auch jetzt erst gerade. Wir würfeln doch sonst nie. Äh, das ist doch ein Rollenspiel. Minus eins. Auf was? Wildnisleben. Wildnisleben. Also erschwert um eins. Ja. Und erleichtert. Nein. Ist schwer. Wahrscheinlich. Äh. Minus eins nach DSA 5. Nicht nach DSA 3 oder 4. Hier war auch noch anders. Och, easy. Anwalt ist jedes Haus auf der Karte. Easy. 12, 8, 4. Brauche ich gar nicht weitergucken. Qualitätsstufe 3. Dann würdest du schätzen, dass du einigermaßen vernünftig dahin kommen kannst, wenn das Wetter zulässt, so ungefähr anderthalb Stunden dürftest du dafür brauchen. Also du steckst dieses Tempo ein. Mhm. Ähm. Und würdest du dann auch entsprechend verringern, wenn du siehst, dass die Sachen erscheinen. Also, so, jetzt möchte ich eine Reitenprobe allerdings trotzdem um, du hattest drei Quell, ja, also ne, um eins erschwert auch. Mhm. Reitencharisma, aha. Du musst mit dem Pferd klarkommen, darauf geht das tatsächlich. Charisma bezieht sich auch auf Tiere. Du musst mit dem Pferd ja irgendwo kommunizieren, Kontakt, was auch immer. G4, kann ich ausgleichen. AK11, passt. 4, Qualitätsstufe 2. Gut. Dann habt ihr kein Problem dahin zu kommen, das Pferd bleibt unversehrt. Perfekt. Ihr kommt an einer, ja, an einer, an einem, ja, kleinen, ja, wirklich nur ein Haus mit Kutsche, also mit Kutsche, mit Stall, an. Mhm. Ja, das ist wohl diese Relaisstraße von den Beilunker Reitern, von denen ihr gehört habt. Die ist auch relativ nah bei dieser Abzweigung, wo es dann diese Straße nach Norden, nach Gerasim hochgeht. Mhm. Da hat mir ja die Information, dass da auch nicht mehr viel ist, wenn es nach Norden hochgeht, ne? Ja, also so Relaisstationen oder sowas sind da nicht, da ist... Genau, also keine Häuser, etc. Die Leute, die da oben wohnen, die haben Pech, die kriegen wahrscheinlich keine Beilunker Reiter. Mhm. Da, also zumindest nicht von hier aus dahin oder müssen entsprechende Zuschläge zahlen für den Beilunker Reiter, der sich durch die Wildnis kämpfen muss. Ähm. Ihr seht Rauch aussteigen aus dem Schornstein. Mhm. Das Haus ist ein recht einfaches Haus. Ähm. Und ein Stall. Das, wie gesagt, da hängen dann Eiszapfen runter, dadurch, dass da jetzt geheizt wird, ab und an, aber dann auch wieder gefriert. Das Dach ist gefährlich mit Schneebeladen eigentlich schon. Und vom Grundschnitt ist es so, dass es sehr viel Dach hat und recht wenig Mauer, die an den Seiten, wo das Dach ist. Es hat auch einen Stall, ne? Mit geschlossenen Toren wahrscheinlich oder so. Ja, genau. Der ist ähnlich gebaut. Also fast schon wie so ein Zelt, kann man sagen. Also fast gebaut. Das ist da möglichst wenig. Ich, schau mal, da scheint jemand, äh, momentan sich aufzuhalten. Das wird von innen geheizt. Ähm. Ich, ähm, möchte zum einen entweder herausfinden, ob es ist das, was, äh, ob es vielleicht tatsächlich hier die, den Führer sich aufhalten oder ob das einfach nur ein Kutscher oder so, der gerade untergekommen ist. Was mich wundern würde, weil der würde doch einfach in die Stadt, äh, weiter fahren. Das Pferd anbinden und dann uns anschleichen. Ja. Und das geht nämlich, ne. Meinst du, du könntest dich so ein bisschen ungesehen... Ja, wir können, ja. Ja, machen wir es zu zweit. Da lege ich mir gerade ganz kurzfristig und dann... Also wie du willst, ich kann es sonst auch erleiden, dann schau. Ja, mit dem Pferd. Tja. Ab zu Tronde zurück. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Ist da irgendwo in der Nähe ein Baum? Irgendwo wird ein Baum in der Nähe sein. Sagen wir mal, innerhalb von 20 Meter wird da schon irgendein Baum sein, der stabil genug ist, um ein Pferd anbinden zu können. Dann binden wir das Pferd da kurzfristig an, ja. Und dann schleichen wir Richtung Haus, versuchen möglichst unauffällig da dran zu kommen und vielleicht entweder in die Scheune irgendwo rein zu gucken. Wollt ihr von der Frontseite das Haus euch anschleichen oder irgendwie außenrum, in einem Bogen außenrum gehen? Ähm, lieber im Bogen außenrum, glaube ich. Ja. Ich glaube, frontal würde ich auch nicht hingehen. Also so quasi den Stall so ein bisschen als Dings nehmen. Und hinterm Haus ist tatsächlich, das ist dann an den Wald drangebaut, an so ein kleines Waldstück. Mhm. Ähm, wäre also auch gegeben, dass da so ein bisschen Unterholz oder Bäume sind. Ja, das ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Ja. Auf direkten wie. Ja. Okay. Ja, dann, äh, dann macht mir doch mal, äh, verbergen Proben. Und nennt mir mal die, die QLs. QS. Ja, QS, ja. Auf deutsch. Kleinen aber cool. Ja, auf Englisch ist es halt QL, Quality Level. Ist nicht erschwert oder so, ne? Nö, ist ja eine vergleichende Probe. Nö. Gut. Äh, äh. Ah. QS 3. Ja. Mhm. Also, erscheint niemand... begegnet, äh, also entdeckt zu haben. Oder zumindest seht ihr keine Zeichen, dass da jetzt irgendwie jemand Alarm schreit oder sonst was. Mhm. Und ihr kommt von hinten an das, äh, an das, äh, Haus ran. Und, äh, ja, äh, von der Rückseite ist zwar ein Fenster, aber das ist, ähm, geschlossen. Also die Läden sind geschlossen. Okay. Das heißt, man kann da jetzt nichts einsehen, ne? Äh, richtig. Man kann... Also man könnte natürlich ein bisschen ganz nah rangehen und dann versuchen durch... hoffen, dass da ein Ritz ist oder so, wo man durchgucken könnte. Mit einer erschwerten Sinnesschärfeprobe. Okay. Ich versuch da. Okay. Wie viel QS, äh, QS hattest du in deiner, äh, äh, schleichen, äh, in deiner Verbergung? Auch QS 3. Okay. Dann lass ich dich nicht normal würfeln. Dann... Okay. Du musst halt so eine kleine Fläche, äh... so eine kleine Fläche, äh, freie Fläche überwinden, aber du schaffst das rechtzügig durchzukommen und... Cool. Ähm. Und jetzt sind es schärf. Zwei Punkte erschwert. Habe ich QS 3 auch übrig? Ja, dann... Du siehst da tatsächlich, äh, da ist so ein... Also es ist so ein, äh, äh, ein größerer Raum mit Betten und so, äh, in einer, äh, in einer Ecke und, äh, ansonsten, äh, so eine Feuerstelle mit Holz steht da und, ähm... Ja, und du siehst wieder jemand, äh, da hängt auch ein Ketzel, äh, also so ein Topf überm, äh, Feuer und da scheint was drin zu kochen. Du siehst zumindest so ein bisschen, äh, Dampf aufsteigen. Mhm. Und, äh, 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 jemanden, ähm, mit dem Rücken zu dir, äh, äh, in, in einem, äh, Stuhl sitzen, in der Nähe von dem Feuer. Ja, der scheint anscheinend das zu, ähm, ja, im Auge zu behalten. Du siehst aber auf dem Tisch, der da auch steht, auch in der Nähe von dem Feuer, drei, für drei Leute gedeckt. Oh, okay. Es gibt noch einen Vorraum, kannst du sehen, da ist, du siehst also so die Tür zu so einem Vorraum, der scheint nicht so groß zu sein, das ist jetzt nur so ein, ja, wie so eine Schleuse, also wie so ein Windfang. Mhm. Ähm, da siehst du noch, ansonsten kannst du eigentlich hier den Raum, bis auf was es jetzt direkt links und rechts vom Fenster ist, eigentlich alles ganz gut sehen. Okay. Wenn siehst du. Und die Person ist ein Mann? Und, im, welches Alter ungefähr? Wobei der sitzt mit dem Rücken zu mir, das weiß ich. Könnte es vermuten, dass es ein Mann wäre, aufgrund der Statur, breites Kreuz und so, könnte aber, also ist es wahrscheinlich ein Mann als eine Frau. Ähm, Haarfarbe oder so sieht man? Ja, dafür, ja, so ein, so ein bräun, äh, bräunlicher Ton. Dann schleiche ich wieder leise zurück und werde Flavia berichten, was ich gesehen habe. Hm. Sagst du, für drei Leute war der gedeckt? Ja, genau, ich weiß auch nicht. Hm. Ja. Und ich hab jetzt, also da ist wahrscheinlich noch ein Vorraum, aber viel mehr hab ich nicht gehört. Theoretisch müssten es ja vier gewesen sein. Zumindest hatten wir ja vier Spuren bei der Entführung entdeckt. Lass uns doch mal im Stall nachsehen, ob da vielleicht eine Kutsche ist. Ähm. Das könnten wir machen. Kann man vielleicht einschätzen, ob die Spuren, die wir von der Kutsche gefunden haben, zu dem Gefährt, wenn der ein steht, passen würde. Ich möchte so ungern ins Haus gehen, weil ich fürchte, dann geraten wir hier in die, in Schwierigkeiten. Wir müssen nur ein wenig vorsichtig sein, weil wir ja nicht wissen, wo die anderen zwei Leute sind. Richtig. Ähm. Ja. Und dann würden wir... Der hat auch tatsächlich nur einen Eingang und der ist so gegenüber vom Eingang zu dem Haus auch. Ah, okay. Sind da... Ja. Also ich würde mich natürlich schon genau umschauen, ähm, und genau gucken, dass da jetzt irgendwie niemand läuft oder ob da jemand vielleicht aus dem Haus aus dem Fenster gucken würde. Ähm, sollte sowas dann doch irgendwie passieren, kann man sich ja immer noch unauffällig verhalten. So nach dem Motto, man erkundet das Gebiet, weil man hier jagen gehen möchte und, ähm, vielleicht eine Unterkunft oder sonst was. Also es... Man muss sich ja nicht gleich auffällig verhandeln, äh, verhalten. Äh, aber ich... Ziel wäre schon, äh, in den Stall gucken, zu gucken. Also sich da ranschleichen. Ich mache da eine Schleichenprobe, die um... Tatsächlich um eins erschwert, äh, Verbergenprobe, die so um eins erschwert ist. Oh, was mir gerade aufgefallen ist. Wie dick sind die Wände so? Dicke Wände. Ähm... Dicke Holz. So. So. Was ist das? 30 Zentimeter. Das heißt... 20 Halbfinger sind dann 20 Zentimeter. Mhm. Ich kann es mal versuchen. Ähm, und zwar wollte ich gerne Penne Tritzel einsetzen. Und durch die Wände gucken. Aber ja, für den Stall jetzt. Oder für das Haus. Okay. Für den Stall jetzt erst. Und wo am Stall? Ähm, wir sind ja da... Also sag mal, der Stall, der steht so länglich am Haus entlang, ja? Genau, ja. Ähm, die, die Seite... Die, die, die Tür ist, wie gesagt, zum, zum Haus hin. Das heißt, die Rückseite vom Stall wäre am, äh, komplett, nur vom Haus nicht einsehbar. Und die, die, die Längsseiten, also die, die Seiten von dem Stall sind so, ja, dann entsprechend. Ja, ich glaube, die Längsseite ist schon am Sinn. Weil wir eh von hinten dann kommen, ne? Ja. Wir waren ja hinten am Haus und dann kommen wir eh Richtung Längsseite, weil, ne? Ja. Wahrscheinlich ist das, also wenn das das Haus steht, steht so der Stall, ne? So. Würde ich so. Das ist... Okay, ich bin ein Halter Stall. Ja! Ähm... Vergiss die Größe. So. Ich mach mal hier gerade... Ich bringe euch mal gerade auf diese Seite hier wieder. Äh... In Rotwenni und dann machen wir mal, dann malen wir mal hier wieder was hübsches. Also, wir vergessen mal... Also, hier jetzt in komisch hellblau. Also, das hier ist das Haupthaus mit dem Eingang nach Süden. Ihr habt vom Norden aus reingeschaut und das hier ist der Stall und der Eingang ist hier unten in der Ecke, also in der Nähe, die kürzeste Distanz zum Eingang vom, äh, vom, zum, 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 zum Haus. Und du sag mir, auf welcher Seite du gerne den, äh, Penetritzel einsetzen würdest. Gut, dann ist ja doch schon die längere Rückseite voll. Okay. Also, ja. Da würde ich... Die längere Rückseite, okay. Mhm. Ich muss eh sowieso erstmal Kurs 2 schaffen, um es überhaupt einsetzen zu können. Wegen der dickeren Wand. Ja. Kurs 2 erbar geschafft. Okay, gut. Ja, ähm, du siehst gerade... Also, der, der Stall ist dunkel. Du siehst also erstmal nichts. Aber, gerade als du dann abwenden willst, wo du merkst, dass du nichts siehst, wird gerade die Tür geöffnet. Und du siehst gerade zwei Männer, die... ein Pferd hineinführen. Unser Pferd. Das wie Trondes Pferd aussieht. Oh, God. Kannst du das glauben? Da steht einfach ein Pferd. Wenn wir das verkaufen, das ist mindestens... Mindestens 10 Gold wert. Kannst du unser Glück glauben? Und, 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 und führen das dann in so einen Stall rein, in so eine Koi rein, suchen noch ein bisschen, empfinden noch ein bisschen, irgendwie Heu und, und, und Hafer. Haben wir überhaupt gar keine Ahnung, wie man ein Pferd anscheinend, äh, pflegt. Die wollen mein Pferd für 100, für 100 Silbertaler verkaufen. Erzählt mir das... Tron, das ist das Geschenk deines Lebens. Du kriegst so ein Pferd für 100. Und ich hab 750 bezahlt. Oder 20. Plus Ausrüstung und Sattel und Satteldeck. Ja, aber das ist ja jetzt gebraucht. Das Kiat verliert quasi die Hälfte vom Wert, wenn du so... Das ist doch hochbereitet. Logisch. Ich verstehe, ich habe das nicht mehr Originalrufe. Also, Flavia ist kurz davor, ihren Bogen zu spannen. Die Flavia, es kriegt da, sieht das ja an alles noch gar nicht. Ach so. Flavia weiß davon ja noch gar nicht. Ah ja, okay. Ja, okay. Ach so. Die Flavia, die ist ja, ich denke mal, irgendwo auf der Hinterseite auch. Ja. Steht direkt neben der, äh, und hält Ausschraub. So, naja, was du jetzt aber siehst, Isa, und da musst du jetzt eine Sinnesschärfe pro... Das Licht ist nicht besonders gut. Zum drei erschwert, würde ich mir mal eine Sinnesschärfe pro machen. Ich versuche. Also, ich schaue mich natürlich schon um, ob rechts oder links, ob ich irgendwo Leute sehe, ob irgendjemand hier hinkommt oder ähnliches, ne? Also, aber wenn wir natürlich hinten stehen, dann sehen wir den Eingang ja nicht von da, ne? Ja, ne. Diesmal habe ich nur QS2. Verstehe. Äh, QS2, bei um drei erschwert. Ja. Äh. Hm, was ist da? Du erkennst, bist dir relativ sicher, dass einer von denen, ein Mann namens Yorgas, der ist, den du gesehen hast, schon mal. Einer von den Räubern, die der Okurion nach Richtung Donnerbach weggeschickt hat. Da sind es aber definitiv die falschen Leute. Das sind definitiv die falschen Leute. Flavia, wir haben ein Problem. Ja, was ist denn? Was ist, ist da jemand jetzt? Was ist los? Also, was sind die drei Räuber? Oder, waren es drei? Ja, oder? Es waren drei. Ein, einer hat es ja nicht überlebt. Äh, die anderen waren geflohen. Und, äh, drei hattet ihr noch übrig. Der Answind, der, der, äh, ja, Räuberhauptmann war, wollen wir es mal so nennen. Yorgas und Basel. Moment, du willst jetzt sagen, das sind die Typen, die die Kutschüberfallen haben? Ja. Ah, Mann. Sie sind in Donnerbach gestickt. Und die haben sich einfach in den nächstbesten Haus bei der Kälte, die haben ja gesagt, die wissen gar nicht, ob sie es dahin schaffen. Sie, sie, sie brechen nicht hinein. Sie haben weiterhin vor, nach Donnerbach zu gehen. Aber, ja, hier haben sie, sie haben Essen gefunden. Sie sind einfach nur eingegangen, um sich aufzuwärmen. Haben aber Essen gefunden. Und, äh, ja, Ausrüstung, um zu jagen. Und machen sich jetzt erstmal hier, äh, solange es noch kalt ist, äh, wie hieß nochmal der dritte? Yorgas und? Äh, ich, also, du saßt jetzt gerade da. Ich schalte die mal nicht mehr auf, das lohnt sich nicht mehr. Das sind die Räuber, die wir damals von der Kutsche vertrieben haben. Und die haben jetzt das Pferd. Ja, das macht ja nichts, das holen wir uns natürlich wieder. Und, äh, ich... Aber leider sind wir auf der falschen Spur. Ja, das macht nichts. Dann müssen wir jetzt aber auch schleunigst zurück. Und zwar mit Pferd. Drunter wird mich... Wenn ich mir ohne Pferd zurückgebe... Ne, 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 ne. Und, äh, erbost und sauer, äh... Waschiere ich los? Mit... Mit... Ähm... Mit... Mit... Verdammt. Oh, schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Doch, ne, ist okay. Äh... Hab mein Jagdmesser in der Hand und, äh... Obwohl, mein Bogen... Ne, brauch ich auch noch nicht spannen, oder? Nein. Äh, marschiere Richtung Stalltür los, um das Pferd zu holen. Also, ich bin da einen kleinen Bogen gespannt. Okay. Ähm, hat's... Hass, Hass... Wo sind die Männer hin? Die sind im Stall. Ach, die sind im Stall. Ja, nein. Wenn ich weiß, dass die noch im Stall sind, dann spanne ich natürlich meinen Bogen und marschiere Richtung Stalltür. Ich nehm mein Deutsch auch. Okay. Ja? Gut. Die spinnen! Okay. Du gehst also um das Gebäude herum? Ja. Das ist die Stalltür, die noch halb so... Äh, die... Die war noch ein bisschen offen, die hatten die ja nicht ganz geschlossen. Hm. Äh, vorher mache ich übrigens meinem Falken die, äh, Kappe ab und schicke ihn auf, äh... Äh, Rattenjagd im Stall los. Könnte für ein bisschen Aufruhr sorgen. Okay. Dafür müsstest du trotzdem die Tür ein bisschen weiter öffnen, weil... Ja. Oder er müsste reinhumpeln. Das kann wahrscheinlich... Nein, aber ich verberge mich nicht. Ich, ich, ich gehe da... voll beladen und öffne die Tür und will mein Pferd rausholen. Also mit gespannten Bogen quasi? Ja. Okay, dann öffnest du Isar, äh, äh, If die Tür, würde ich sagen, ja? Zieh die so und versteckt sich gleichzeitig hinter der Tür. Und du stehst dann da mit dem Bogen gespannt. Ja. Und guck mir die Situation an. Gucke erst mal rein, was sehe ich? Der eine sagt so, bist du nicht die Schlampe, die mir ins Bein geschossen hat? Ja, hey da! Und du bist derjenige, der gerade mal ein Pferd klaut. Soll ich dir ins andere Ballern gleich mitschießen? Answin, Answin, komm her! Ich schiisse auf ihn los! Ich schiisse auf ihn los! Ne, warte mal, nicht die Intuitionsinitiative, ja? 16. 18. Wir müssen über die Rollenverteilung in diesem, äh, Spahn sprechen, ja? Der Geweiser hat jetzt am meisten, äh, Gegner in die Flucht abschlagen und unsere, äh, zwei Halblinge, äh, zetteln den nächsten Kampf an. Wow. Mann, der hat mich sauer gemacht! Okay, da ist die Intuitionsinitiative. Das ist gut, dass wir so weit weg sind. Mhm. Aber was war deine Initiative, äh, ähm, jetzt? Vierze... äh, fünfzehn. Nein. Sechzehn. So. Okay. Okay, if... Und meine Basis-Inni ist vierzehn. Okay. Was war deine, äh... Achtzehn, Basis-Inni dreizehn. Okay, Flavia... Jetzt... Achtzehn und dreizehn, ich habe... ...und dreizehn, okay. Oh, ich kann auch meinen Wurfdolch werfen, ich habe nen Wurfdolch. Hehehe. Ist das ne... ...ne 19 und 13? Okay. Und auch ne 18 und 13. Äh, wie wird das dann entschieden? Bei Gleichstand? Höchster Basiswert. Und wenn das nicht gewinnt, dann W6. Wobei ich tatsächlich dann meistens die Regel mache, äh, Spieler first. Zeitlich. Ach, Spieler first. Machen wir Spieler first. Machen wir so. Okay. Dann kriegt tatsächlich der, der Typ, der... ...der dich als Schlampe bezeichnet hat. Und nicht nach Answing gerufen hat. Und, äh... ...dich als Abendprogramm bezeichnet hat. Als erstes dran. Er... ...zieht, äh, äh... ...seinen Säbol und ist tatsächlich, kann noch in der gleichen Runde angreifen, denn er hat Quickdraw und das ist ne Eins. Und das ist ne bestätigte Eins. Oh mein Gott, der Stern sucht. Halbe Parade. Äh, wie viele Meilen sind das? Hat jemand hier, äh, hier diesen Relokationen? Schnellreise, bitte. Ich würde gerne Schnellreise benutzen. Hahaha. Äh, ich hab noch ein Townportal in der Tasche. Ja. Ähm... ...Parade ist aber for... ...egal, weil wenn du... ...wollte ich grad sagen. Halbes Ausweichen. Ausweichen, ne? Das ist mein Ausweichen. Naja, ich kann nicht parieren. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ähm... Nö. Du kannst shippen. Kann sich lohnen. Kannst shippen, um deine Parade zu erhöhen? Nee, das kann man nur mit einer neuen SF, aber neu würfeln kannst du. Ich müsste eine... Nein. Du brauchst eine SF-Parade. Ja, okay. Hast du geschippt? Nein. Ja. Ja. Komm. Aber nicht geschafft. Nee, ich hab noch nicht geworfen. Ich hab mich grad entschieden. So, ich muss es mir nur notieren. So, Chips. Ja! Mit einer Eins. Oh mein Gott. Dann darfst du jetzt versuchen, das zu bestätigen. Aber nicht bestätigt, nee. War ja auch sehr unwahrscheinlich bei einer Drei oder was auch immer du bräuchtest. Ja. Ja, das stimmt. Ähm. Aber geschafft! Trotzdem! Du hättest auch keinen Parierschlag, mal Passierschlag machen können mit deinem Bogen. Von daher wäre das eh egal gewesen. Aber ich hätte dir vielleicht einen Bonus auf deinen Bogen gegeben. Du hättest theoretisch einen Raufen-Passierschlag machen können, bei einer Hand auf dir trotzdem. Genau. Du hättest treten können oder sowas, ja. Ja, dann darfst du jetzt schießen, Flavia. Allerdings gibt das... Gibt es da Abzüge, wenn man in Nahkunft-Distanz ist? Ähm, ich weiß nicht mehr, dass es da die... Das Kernschuss, die SF ist überhaupt im Nahkampf zu schießen. Ich kann mal kurz in die SF rein, dann... Du müsstest dich erst lösen. Ich hab präziser Schuss. Nee, Kernschuss ist das. Ja, du musst mindestens zwei Schritte weg sein oder so, ne? Ja, du hast nicht in direkten Nahkampf. Wie das definiert ist, ist das dann immer so ein bisschen auswählend. Ja, gut, er hat eine Medium-Waffe. Ja gut, aber ich meine, ich bin... Das Ding ist, was ich noch nicht so verstehe, ich bin ja nicht an ihn rangegangen mit meinem Bogen. Natürlich stand ich in der Tür. Das ist das Problem des Regelsystems. Also de facto stimme ich dir vorhin ganz zu. Millisekunden... Da hatte ich schon längst abgeschossen. Also realistisch betrachtet, jeder Bogenschütz kriegt den Schuss raus, bevor er den Weg überwunden hat. Das ist das nicht... Den Reflekt kann er gar nicht haben, so schnell zu sein. Aber regeltechnisch ist es halt so. Regeltechnisch darf er sich in seinem Zug GS bewegen. Das ist das Problem an rundenbasierten Regelsystemen. Ja, aber dann bewege ich mich doch auch GS9 zurück. Ja, aber... Aber das wollen wir da halt. Einfach mit Logik erklären, oder wollen wir uns einfach mit den Regeln sklavisch halten? Wir wollen ja nicht wahrhaben, aber das muss der Spieler halt im Endeffekt entscheiden. Ja. Ich sag einfach, ich erschwere dir deine... Die Körperbeherrschungsprobe nicht, oder... Körperbeherrschung, ja. Mach mir eine einfache Körperbeherrschungsprobe. Ich erleichtere dir die um 1, weil du quasi... ...bereit warst. Ja. 9, 12, 8... Ja, geschafft. Ich gehst, äh, deine GS zurück, wenn du möchtest. Äh, 7 Schritt oder was auch immer. Und, ähm... Und dann kannst du schießen. Ohne... Javier ist flink. Ja, ich hab 9 Geschwindigkeit, ja. Das heißt theoretisch, wenn die regeltechnisch, komplett regeltechnisch spielen, kann er sie nie wieder erreichen. Sie bewegt sich 9 Schritt, er bewegt sich 8 Schritt, sie bewegt sich 9, er 8 Schritt. Genau. Genau. Kann er jetzt für alle Ewigkeit kiten? Ja! Es sei denn, es kommt jemand aus dem Haus von hinter ihr. Das passiert aber nicht. Ich geh natürlich nicht in die Hausrichtung zurück, sondern... Ja, okay. Na? Äh... Du kannst auf kurze Distanz schießen, also plus 2. Ja. Kurz, wo? Um kurze Distanz... Äh, warte mal, wo ist denn das da? Pfff... Bin ich blöd? Ja. Am Bögen, ja. Ah, schon gut. Distanz ist ein 2 erleichtert und plus ein Schadenspunkt. Ist ein 2 erleichtert, ja. Ist kein Problem. Du kannst mal eine Verbergenprobe um 2er Schwert würfeln für mich. Ich mein der mit, äh, in der Zwischenzeit. Ist aber kein Problem. 5 plus 4 plus 1, ne? Recht aus. Mit der minus 4, er war ich da aus. Okay. Mit QS1. Äh, was? QS1 bestanden die Verbergenprobe. Okay. Also, die haben dich nicht bemerkt hinter der Tür. Also, sie haben nicht gemerkt, dass jemand anderes die Tür geöffnet hat als... als Flavia. Deswegen war es um 2er Schwert, weil rein logisch könnten sie eigentlich denken, oh, wieso öffnet sich die Tür von allein, aber anscheinend hat das so ausgesehen, als hast du den Winkel genauso getroffen, dass die... Das heißt, du kannst prinzipiell jemanden, den, äh, ähm... Also, der, der, du kannst ihn attackieren und das ist wie, äh, als wenn er überrascht wäre. Also, er bekommt minus 4 auf seine Parade. Sowas finde ich gut. So. Der andere, äh... So, der andere kommt jetzt, äh, will, stürmt quasi hinterher, zieht seinen Säbel und stürmt der Flavia hinterher aus dem Haus raus. Das heißt, er kommt an dir vorbei und du kannst das benutzen, um ihn, äh, um, 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 um ihn zu attackieren, wenn du möchtest. Ja! Versuchen. Hab ich geschafft. Hätte ich geschafft. Ja. Ja, da er minus 4 bekommt, äh, aber auch so, sonst hätte das nicht gereicht. Oder doch, es hätte tatsächlich gereicht. Dann 5 oder... 5 Schaden, okay. Hat sie von hinten... Okay. Ähm... Er rennt aber weiter und, äh, rennt quasi, äh, an, äh, auf Flavia zu. Oh, okay. Äh, also so auch an ihr vorbei, so quasi hinter ihr, also er benutzt seine Aktion zum, zum Rennen. Äh, doppelte Bewegung und sagt, so, du entkommst uns nicht und steht da so hinter ihr mit dem, mit dem Säbel. Nur sie bedrohend. Also du bist jetzt Flavia ist jetzt quasi machen wir mal hier Freehand. Flavia ist hier vom Haus hier weggegangen. Der Räuber 2 ist das. Der steht jetzt hinter dir. Räuber 1 steht immer noch da an der Stalltür quasi. Und Räuber 3 hattet ihr zuletzt im Haus gesehen. Und da ist er auch noch. If ist halt hier. Gut. If, du hattest das ja benutzt. Du kannst dich jetzt aber noch bewegen, wenn du möchtest. Das Problem ist, dass ich nicht reiten kann. Sonst würde ich jetzt das Pferdschnappen Flavia aufsammeln und durch die durchreiten und dann abhauen. Kannst du es trotzdem versuchen. Du kannst versuchen zu reiten. Ist halt nur um irgendwie zwei Punkte erschwert. Also mich kennt das Pferd ja auch. Ja, aber du bist noch nie drauf geritten. Das stimmt. Doch, praktisch schon. Aber sie hat nicht geritten dabei. Sie hat drauf geritten. Ja. Da ist der hinter Flavia. Vor Flavia. Um Flavia. Vielleicht machen wir dann nur eine minus eins. Das könnten wir schon machen. Also erst mal rennst du ja, musst du ja reinrennen zum Pferd. Genau. Und dann aufs Pferd aufsteigen. Hast du auch Flink als... Ja, habe ich auch. Okay, dann machen wir eine Körperbeherrschungsprobe, die um... ...zwei, drei Schwert ist, um noch in dieser Runde quasi aufs Pferd aufzuspringen. Zwei oder drei? Zwei. Okay, dann versuche ich's. Mit Kurs eins geschafft. Okay. Du kommst aufs Pferd drauf. Du sitzt jetzt nicht perfekt sofort, sondern musst dich noch so ein bisschen festhalten. Aber du sitzt auf dem Pferd drauf. Okay, cool. Problem ist, das Pferd ist angebunden an dem Stall. Aber... Also an den Pfosten. Aber das kann ich ja mit meinem Deutsch durchschneiden. Klar, mach das. Und Zaumzeug kostet nur 15 Silber. Es ist sehr schwierig, das Pferd ohne Zaumzeug zu steuern. Ach so, da gibt's nicht mehr. Du kannst vorbeugen und versuchen, das zu lösen. Was kannst du tun? Oder das entsprechend weit abzuschneiden. Das ginge auch. Dass du noch ein bisschen Zaumzeug übrig hast, um das Pferd zu... Jetzt sind die wieder dran. Der Typ, der noch im Eingang steht, der Räuber 1, sieht dich jetzt, dass du da rübergegangen bist. Und ständig... Lass mir das Pferd! Du bist doch die Nutte, die mich... Die mich in den Schnee geschmissen hat. Könnte sein. Und kommt mit seinem Säbel auf dich zugestürmt. Äh... Kann noch so gerade verhindern, dass er sich hinschmeißt oder selbst verletzt oder so ähnlich. Aber schlägt meilenweit an dir vorbei. Ähm... Flavia. Er steht hinter mir. Mhm. Da ich vor ihm dran bin, bewege ich mich neun Schritt zur Seite, drehe mich mit meinem Bogen um und rufe ihm zu. Ähm... Du wirst nicht mehr froh deines Lebens, wenn du dein Auge verlierst und schieße. Kannst du jede Runde schießen? Ja. Was hast du für einen Bogen? Kurz Bogen und schnell laden und präziser Schuss. Und schnell ziehen. Genau. Nee, dann kannst du tatsächlich jede, äh... Runde schießen, genau. Ist doch das Einzige, was ich kann... Der ist ein Langbogen. Nee, ich dachte, der ist ein Langbogen. Nein. Also neun Schritt zu welcher Seite? Äh... Zu der Seite, wo... Nicht, wo das Haus ist, sondern vom Haus entfernt. Ja, also nach... nach links oder nach rechts, also nach Westen oder Osten. Ja. Also von... Wenn ich so frontal drauf gucke, dann nach links. Also Richtung viereckiges, schwarzes Ding. Stimmt. Was natürlich nicht da ist, aber... Ich will die Flavia da hin und ich kann mal das viereckige, schwarze Ding auch mal wegmachen. Küche. Ist jetzt weg? Gut. Ne, ich wollte nur wissen. Da ist da noch jemand. Okay, dann schießt du auf welchen? Auf eins oder zwei? Auf zwei. Eins hat... Hat praktisch... Ist denn eins schon wieder... Ist denn eins schon draußen? Nein, zwei... Eins ist drinnen. Ach so. Der ist sogar tiefer reingegangen, aber... Ja, ja. Zwei stand aber hinter mir und der hat... Der hat mich da bedroht. Also schieße ich auf ihn natürlich. Gut. Warte mal. Ich versuche einen präzisen Schuss. Das heißt, die Probe ist um zwei erschwert. Wenn du einen präzisen Schuss eins machst, ja. Ja, präziser Schuss eins. Habe ich ja nur. Ich habe nur präziser Schuss eins. Okay. Ich versuche ihm schon... Ungemütlich... Zu schießen. Ja. Zehn. Geschafft. Und... Ja. Kann ich den zweiten würfeln? Was? Irgendwie hängst du. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder gut. Ja, jetzt stimmt. Jetzt geht's wieder. Kann ja mal passieren. Die Stimme wurde schwach, weil du dir mit dem Schaden gerechnet hast schon. Also, äh... Ach so. Er weicht nicht aus. Nein. Dann warte mal. Um wie viel erhöht sich das? Ach so, nee. Um zwei erhöhen sich die Trefferpunkte, ne? Töte ihn. Zwölf. Falls du noch bei nah bist, falls du bei nah bist, wäre es noch mal um zwei. Ne, um eins. Hier, verlob. Das Schaden, um eins. Äh, um eins, stimmt. Dann 13. Ich weiß nicht, wie nah ist, wie war, nah ist bei dir nah beim Kurzbogen? Zehn Schritt. Da ich mich Nummer neun Schritt entfernen konnte. Gut, aber er stand ja weiter, äh, er stand ja ein bisschen weg und du bist, äh, und ist ja ne... Die Diagonale ist vermutlich mehr als zehn. Ja. Dann... Dann sind es halt zwölf. Zwölf. Okay. Da ist immer noch ne Menge Schaden. Uh, schon 17 Leben weniger. Ne, ist ja nicht der gleiche. Ne, ist ein anderer. Ach so. Äh, doch! Das ist der, der fünf gekriegt hat. Ach so. Ja, ja, natürlich. Ach so, ja. Ja, ja, nein. Es ist der gleiche, ist ja richtig. Der ist ja der, der an dir vorbeigerandet ist. Du hast absolut recht. Gut, dass er Rüstung hat, sonst wäre er schon bei Schmerz Stufe 2. Also der hat... Wie viele Schritt ist er gerade an dir vorbeigerandet? Was? Wie viele Schritt ist er gerade an dir vorbeigerandet? Bei vier Schritt wäre es nämlich tatsächlich noch eine Reichweite. Ich dachte, dass es für Tage was und so. Ach so. Hast du jetzt echt gerechnet? Geil. Ne, er ist weiter vorbeigerandet an ihr. Er wollte, er will ja verhindern, dass sie abhaut. Und er... Ne, alles ganz schön. Also die wollen sie so in die Mangel nehmen. Der eine macht es doch eh nicht mehr fett. Ne. Ich muss dir allerdings darauf hinweisen, dass jetzt Walter noch vom Haus entfernt schwieriges Gelände anfängt. Ja, okay. Also das heißt, deine Bewegung würde sich verlangsamen. Gut. Tatsächlich kommt dann auch noch jemand anderes, der dritte Räuber kommt aus dem Haus raus mit einer Armbrust im Schlepptau. Sieh dich und schießt auf dich. Ja, das ist erstmal getroffen. Minus 4 auf Ausweichen. Nein. Ein leichter Armbrust 1,6 plus 6, ne? Wieso Minus 4 auf Ausweichen? Weil Geschosswaffe. Wurfwaffen ist minus 2, Geschosswaffen minus 4, normale Nahkampfwaffen ohne Erschwernis. Ah, okay. Atta, leichte Armbrust ist 1,6 plus 6, oder? Ja, ja, müsste. Dann sind das neun. Dicke Kleidung hält ja keinen Schaden ab, oder? Aber doch, doch, doch. Ich hab Lederrüstung. Ich hab Lederrüstung. Ja, macht aber auch Nachteile. Genau. Also die Jungs haben Nachteile, die habe ich schon eingerechnet. Und haben aber eine Rüstung, tragen Winterkleidung. Ja, aber ich hab ja Belastungsgewöhnung. Achso, nee, das ist dann trotzdem, das ist ja zusätzlich, das hat ja nichts mit Belastung. Genau. Wenn du Belastungsgewöhnung 1 hast, dann ist eine Lederrüstung wie eine schwere Kleidung. Und dann hättest du auch nur 8 Bewegungen. Macht aber nicht, die haben ja auch nur 7 Bewegungen. Ja, dann macht das ja keinen Unterschied, ja. Äh, trotzdem hab ich 3 Rüstungsschutz. Was war das? 9 hattest du gesagt, ne? Also werden daraus 6. Ähm, von 6. Okay. Oh, oh. Jetzt schon Schmerzstufe habe? Ich glaub nicht. Aber dann haben wir den Bonus-Schaden bekommen haben. Ja, einen noch. Ja, einen, einen mehr. Ja, die leichte Armbrust hat 15, ne, Reichweite. Kurze Reichweite. Äh, 10. Ja, dann auch nicht. Dann werden beide, die beide werden den Bonus-Schaden gemacht haben, weil dann ist sie ja weniger bei Deck gelaufen. So meinst du. Ja gut, dann kriegt er einen mehr, aber dann kriegt er auch die Flavia einen mehr Schaden. Dann ist, äh, ja. Also. Gleich, kleiner. Ja, dann ist der eine jetzt ein Punkt von, von, Dings entfernt. Okay. Also 9, also er hat 10 Trefferpunkte gemacht, richtig? Ja. Ja. Okay. Wo ist denn hier die, steht doch sonst normalerweise hier irgendwo abgedruckt mit, ob war eine Schmerzstufe beginnt. Ja, unter der Lebens... Bitte deiner Lebenspunkte. Bei dir mit... Nee, hab ich noch nicht, hab ich noch nicht, hab ich noch nicht. Alles gut. Ja, du hattest relativ gute Lebensenergie, oder? Mhm, 31. Ja. Dann fängt das bei, äh, ja, bei 8, ne? Bei 23. Bei 23 an. Bei 23, da stimmt's ja plusberechtend. Und du bist jetzt bei... 26. Äh, 24, Entschuldigung, 24. Also du bist noch knapp darüber, gell? Mhm. Ja, Räuber 2, wie ich das hier gerade ange... äh, angemerkt habe, äh, bewegt sich wieder, ähm, ähm, rennt so an dir vorbei und, 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 und positioniert sich so in Nachkampfreichweite diesmal. Äh, links diagonal von unter dir, sodass du jetzt quasi zwischen ihm und Räuber 3 bist. Der will's wirklich wissen. Räuber 2. Ähm, ja. Und, äh, äh, dann ist F wieder dran, ne? Ja. Wenn ich das jetzt richtig sehe, der Typ hat... Also ich? Ja, weil dein Typ hat ja nicht, dich, nicht vernünftig... Verkackt, ja. Ja. Ja, möchtest du das abschneiden, oder möchtest du, um dich davor zu beugen und das zu lösen? Oder ganz am, am, am äußersten Ende durchzuschneiden? Ich versuch's erst zu lösen, aber ich hab meinen deutsch nochmal griffbereit. Okay, erst mal die Körperbeherrschungsprobe, die ich dir nicht erschwere, um dich am Pferd entlang zu hangeln, um da an den Dings dran zu kommen. Gut, dass du so hohes GE hab. Ja. Mit Kurs 1 geschafft. Gut. Und jetzt Seile. Fesseln, entfesseln. Mit einer Hand, ich würd mal sagen, um zwei erschwert. Okay. Ich hab ja zumindest ne hohe Finger fertig. Und? Oh Gott, ich hab's geschafft! Ich hab ne 1 und 2 zu 2. Das ist so zu füllen. Was muss ich machen, wenn ich ne 1 hab? Dann muss ich nochmal würfeln. Hast du... Ne. 1 mit 2 zu 2. Ach nee, ich muss ne Doppel 1 haben. Hier war ich nicht. Genau, du musst ne 1 Doppel 1 haben. Dann hätt ich gesagt, du kannst noch in der gleichen Runde versuchen loszureihen. Jetzt... Ja, aber ich hab's geschafft. ...deine Aktionen aufgebraucht. Ja, okay. Dann warte ich bis nächste Runde. Genau. Okay. Dann ist Räuber 1 wieder dran, der sich da mit If beschäftigt. Diesmal trifft der auch. Knapp an einem Crit wieder vorbei. Also kritischen Treffer. Kritischen Erfolg. Ne 2 hat er gehörfelt. Möchtest du irgendwie versuchen mit dem Dorch, der in deiner Hand ist, versuchen auch... Ach, hier an. Ach, hier an. Ich guck mal. Ich versuch's einfach mal. Ist ja besser als nix zu machen. Ja. Minus 2, weil du dein Kürzelt reichst. Ich hab nicht pariert. Ich hab nicht pariert. Okay. Dann machen wir dir mal Schaden mit dem Säbel. Acht Punkte. Aua. Ich hab ja keinen... Nee, ich hab keine Rüst. Ähm, ich würde vermuten, du trägst genug Kleidung, dass du nicht frierst. Die würde als Winterkleidung gelten. Und... Achso, dann ein. Ja. In diesem Kampf spielt das einfach mal keine Rolle, weil alle eine Winterkleidung tragen beziehungsweise Minus 1 auf ihre Dings haben. Initiative und Bewegung. Wir sind einfach alle ein langsamer als normal. Jetzt hab ich Schmerz 1. Aua. Okay. Müssen wir uns merken für deine Reitenprobe. Flavia, du bist dran. Ja, ich würde mich auf jeden Fall, ähm, so platzieren, dass ich, äh, ihn nochmal, auf ihn nochmal schießen kann. Und, ähm, ich rufe ihm zu. Ich würde das einfach lassen, wenn euch euer Leben lieb ist. Welche Richtung richtest du dich bewegen? Nun ja, wenn das Gelände hinter mir erschwert ist, ähm, dann mach ich das natürlich nicht. Dann bewege ich mich einfach in die Gegenrichtung. Aber natürlich nicht so an ihm vorbei, dass er da jetzt irgendwie mir einen Passierschlag versetzen könnte. Und jetzt irgendwo die Straße? Wo ist die Straße? Das sehe ich nicht. Hier unten. Hier unten. Dann die Richtung, ja. Also, ich würde nochmal refreshen. Schräg rechts runter. Da war irgendwo der Baum, an dem du das... Okay. Okay. Ah, komm schon. Okay, also nach der... Aber erstmal musst du mir eine Körper, wenn du keine, äh, eine Körperbeherrschung, äh, Probe, ne? Machen, um nicht... Keinen Passierschlag. Warum bekommt er nie einen Passierschlag? Was? Warum bekomm ich nie einen Passierschlag? Weil erstens bewegt er sich an dich ran und nicht von dir weg. Und zweitens, ähm... Er kommt immer hinter mich. Ja, aber er bewegt sich ja auf dich zu. Äh, ist die um eins erschwert, glaub ich, die Körperbeherrschungspauber, ne? Ah. Sech. Ah. Oh, 13, 15, also drei. Qualitätsstufe 1 kann ich ausgleichen. Okay, gut. Dann kannst du wieder auf ihn schießen, anscheinend. Ja, dann tue ich das auch. Und fluch ihm noch irgendwie... Irgend ein böses Wort zu. Ja. Geschafft. Geschafft. Mhm. Er weicht nicht aus. Hm? Was ist eine 8 auf der Pazartabelle? Ah, jetzt hab ich die Ausnahmsweise mal nicht ausgepackt hier. Vielleicht dachte ich, heute kriegen wir keine. Ähm, Moment, ich sag's sofort, sobald ich da unten hab. Mal den Schaden. Ähm... Bin ich jetzt in Nahkampfreichweite, habe ich den plus 1, ja, ne? Ja, doch, unter 10, ja. Ähm... 5... 5, 6. Okay. Das heißt, er hat jetzt tatsächlich Schmerz 2. Hast du den Bonusschaden für Nah aufgerechnet, weil Nah wird es ja definitiv sein, wenn sie vorbeigerannt ist? What? Ja, ja. Okay. Gut. 5 plus 1 für Nah. Okay, er hat jetzt noch um 2 erschwert zusätzlich, plus 2 Schmerzstufen. Er rennt, äh, also er kommt jetzt, äh, auf dich zu, nicht ganz so weit, weil er gestolpert hat. Ach so, er ist auch gar nicht dran, erstmal ist der andere Tier dran. Der lässt die Armbrust fallen, äh, läuft auf dich zu, kommt so auf 2 Schritte auf dich dran oder so, und wirft einen Dolch. Das schafft er auch. Ausweichen ist um wie viel erschwert bei Wurfwaffen? 2. 2. 2. Das darf ich aber. 2. Warum nicht eine 1, Mann? Der andere macht das Gleiche. Der Räuber 1. Ja, äh, Räuber 2. Das andere war Räuber 3. Und schafft das tatsächlich auch, trotz seiner Minus 2 und der Minus 2, den wollt euch, also nochmal, kommt noch mal, noch ein Dolch auf dich zugeflogen. Ist jetzt also um 3, um 5 erschwert, das Ausweichen. Nö. Und guck mal. 5. Trefferpunkte? Ja. 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 Hat mich irgendwie am Arm blöd getroffen. Das war ja jetzt auch bei Schmerz 1 angekommen, ja? Ja. Okay. If, du bist dran. Ich kann rein. Mhm. Vergisst du die Stufe Schmerz nicht? Ja. Und Minus 1. Oh. Also Minus 2. Nein, ich bin, nein, charismatisch bin ich nicht. Scheiße. Nicht gut. Ich hab's geschafft. Yeah. Okay. Und dann reitest du mit dem Pferd. Was hat das Pferd für eine Geschwindigkeit? Keine Ahnung. Äh, hier kann ich eingreifen, ich kann das nachgucken, ich hab das gerade in meinen Heldenbogen übertragen. Warte, ich muss mein Post-it da runternehmen. Geschwindigkeit 12. Jetzt noch dein Charakterbogen geschrieben, wo wir nicht mehr wissen, ob das berückbekommen. Bist sehr optimistisch. Es ist mit Bleistift geschrieben, ist kein Problem. Ich hab dafür auch ein Bild gemalt, nur so schematisch. Okay, du weitest jetzt also aus dem Stall raus. Das Pferd erreicht natürlich noch nicht seine höchste Geschwindigkeit sofort. Den muss ja auch noch Laufjahrein haben. Reitest du den Räuber, versuchst du den Reiter umzureiten oder um ihn herum? Um, um, truff, truff, truff. Um reiten wären zwei W6 plus 6 Schaden. Ja, niederreiten, das ist eine Sonderfertigkeit. Das kann das Pferd. Ein Angriff. Ja, klacker das Pferd. Das ist doch hier Trondes Pferd. Das ist das. Also du möchtest um ihn herum reiten? Nein, ich werde da auch ihn drauf reiten. Dann machen wir eine Lanzenreitenprobe. Um wie viel ist das jetzt? Niederreiten ist eine, sie, leider nicht mehr Lanzen, Niederreiten ist ein Kampfmanöver, das muss sie über Reiten, ähm, Punktmanöver oder so abhandeln. Das ist noch eine Reitenprobe. Also Niederreiten ist eine Angriffsart hier. Ja, ja, aber du musst, du musst dein Pferd erstmal zum Niederreiten bringen. Alle diese Sachen gehen mit der Reitenprobe einher, wenn ich mich nicht irre. Muss ich dann zwei Proben machen, weil ich muss dann ja eine auf AT machen und eine auf Reiten. Du machst erst einer auf Reiten, ob die Attacke durchfällt, dann macht dein Pferd eine Attacke auf Niederreiten. Also nochmal Reitenwürfeln. Reiten-Kampfmanöver. Ja, ja, äh, da du aber das nicht kennst, würde ich sagen, ich ziehe nochmal zusätzlich um einser Schwert, also um zweier Schwert insgesamt. Also drei ins Würfeln. Nein, nein, mit deinem Schmerz. Achso, auch wieder und zwei. Ja. Ich, ich würfeln Chip. Ich würfeln Chip. Ich würfeln Chip. Der kann nur zwei Seiten falten, das ist kein Würfel. Also du kannst dir natürlich dann schon so hochwerfen. Kanntes eins. Okay, mit dem Chip hab ich's geschafft. Dann die Attacke vom Pferd, was ist die Attacke vom Pferd? AT wäre nicht bei... Kann ich rolle euch das Pferd werfen für sein Pferd. Also AT liegt bei 15. Ich weiß nicht, ob das... Dann würfel du für das Pferd. Würfel du für das Pferd. Wir haben gar keinen Würfel, Moment. Tronde, das Pferd. Ist ne 4, kein Problem. Okay. Willst du den Schaden dann auswürfeln? Ja, warte mal. Er weicht aus. Geht ja wohl gar nix. Na doch. Kein Scheiß. Geht. Aber du bist jetzt die GS des Pferdes hinter ihm. Das ist ein Ding. Allerdings darf er theoretisch auch noch einen Passierschlag machen, oder? Wenn er ausweicht, nicht. Wenn die Attacke muss. Ach, nein, nicht. Okay. Ne, er weicht. Er weicht. Er weicht. Ja gut, dann ist er mit Ausweichen beschäftigt. Er weicht definitiv überhaupt. Ja, nein, ist okay. Ist okay. Ja, finde ich logisch. Oh. Wenn er das Ausweichen auch so gerade eben geschafft hat, hechtet er mir zur Seite als elegant, jetzt zur Seite zu tänzeln. Dementsprechend bewegt sich Isa, beziehungsweise If, aus dem Stall raus. Und, äh, und, ähm, da du ihn ja umgaloppieren wolltest, hast du ein bisschen Vorwärtsmomentum und am Ende ist irgendwo hier. Okay. Auf der anderen Seite von den Räubern und Flavia. Also. Dann rufe ich Flavia zu. Komm, schnell! Mhm. Hm. Hi, Passierschläger. Ich müsste ja mitten durch. Ihr könnt euch irgendwo treffen. Aha. Das genau. Ich ziehe mich wieder zu. Ich bin nicht. Ja, ich bin ja noch gar nicht dran. Aber, ähm, ja, wenn ich dran bin. Ja. Räuber 1 ist dran. Ähm, der. Der, den kann ich jetzt gerade nicht bewegen, weil ich ihn an eine doofe Stelle positioniert habe, seine Schrift. Auch immer. Muss ich neu, äh. Ein Klon. Die klonen sich. Ah, nee, warte. Kann ich, indem ich das auf die, auf die Map bewege? Äh, nee. Äh, was schon möchte ich hier? Äh, da muss ich klicken. Schlimmste ist, wenn du die, wenn du eine Battle-Map eingescannt im Hintergrund hast. Du weißt ständig die Battle-Map und dann kannst du nichts mehr anklicken. Na, doch. Man kann die irgendwie festbinden. Ich hab das schon mal gemacht. Ja, man muss Ebenen machen oder sowas. Das geht bestimmt auch, aber. Man legt die auf die, auf die, auf den Map-Layer. Ja, ja. Also da ich ja nur über Rolltranie seit fünf Jahren spiele. Ja, ja. Ja, dann kann ich das recht. Gut. Okay. Ähm. Ja, zieht den Dolch. Zieht auch den Dolch und... Nee. Der macht was anderes. Der holt seine Peitsch raus. Der holt die Farm aus. Attackiert mit der Peitsche und versucht die, äh, versucht damit ein, äh... Hat der auch Schnellziehen? Wie heißt das? Ja, die haben alle Schnellziehen. Das sind ja die generische, das sind ja meine generischen Räuber, die haben alle Schnellziehen. Und, äh, wie, ich weiß, auf Englisch heißt es Grapple. Äh, man kann mit der Peitsche so einen Angriff machen, auf den man... Was? ...denjenigen umschlingt oder so, festhalten. Denk ich mal. Also, so Cowboy und Indianer. Lass so werfen. Peitsche ist einfach, mit der ich mich nicht intensiv auseinandergesetzt hab, weil sie nicht allzu häufig vorkommen hat. Äh, er haut mit der Peitsche nach dir. Die hat ja Reichweite. Ähm. Äh, beziehungsweise nach dem Pferd natürlich. Ja. Machen wir es so. Äh, Pferd, äh, minus vier auf Ausweichen, bitte. Weil von hinten. Ich muss noch mal würfeln? Ja. Ja. Moment, ausweichen. Naja, warte, ich brauche einen Würfeln. Würfel gut verworren. Ja, ich würfel dich durch. Äh, ich kann ja auch einen Chip nehmen. Äh, Ausweichwerte gibt's ja nur den Verteidigungswert dann. Das gibt's ja nur den Verteidigungswert dann, ne? Das gibt's ja nur den Verteidigungswert, äh, das Pferd kann keinen Chip nehmen. Äh, ja, der Verteidigungswert vom Pferd ist ein Ausweichwerte, wer ein Pferd nicht parkieren kann. Genau. Logischerweise. Das, äh, pff. Nee. Shit. Aber ich hab ne Menge Leben. Das Pferd nimmt, äh, vier Punkte Schaden. Also, vier Trefferpunkte. Äh, und du müsstest mal ne Reitenprobe, äh, um zweier Schwert plus dein Dings, um dreier Schwert machen, damit das Pferd nicht durchgeht. Alter, ist voll querspult. Das ist aber das Pferd macht ne Selbstbeherrschungsprobe, nicht die Reitenprobe. Ah, okay, das Pferd macht ne Selbstbeherrschungsprobe. Okay, mach ne Selbstbeherrschungsprobe. Wurde ich gerade informiert. Meine ich zumindest wär das. Also, so auf der Hau. Ne, wenn wir das Pferd drei Selbstbeherrschung katcheln, ist das Pferd. Ja, die haben alles mögliche. Selbstbeherrschung, vier. Jetzt müsste ich nur noch die Probe wissen. Die muss ich wieder in meinem Bogen nachgucken. Da muss ich wieder die Werte nachgucken. Ist ja gar kein Problem. Und da wollen wir noch mehr Würfel. Das Pferd war gar nicht geplant, den Gapfein zu setzen. Das Pferd war gar nicht geplant, den Gapfein zu setzen. Vor noch Würfel, vor noch Würfel. Ich geb mir mal noch Würfel da. Was für ein Zwanziger. Vor noch Zwanziger. Also, Mut, Mut, Konstitution. Kein Problem. Mut, Mut, Konstitution. Zwölf, zwölf, 24. Das kann ja noch gut werden. Äh, zwölf, 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 so. Und ich hab wie viele Punkte in der Selbstbeherrschung? Ich hab nur Qualitätschübe eins. Gut. Pferd geht nicht durch. Nicht sehr trainiert, um sowas zu machen. Pferd ist mir einfach. Da, Pferd, du bist dran. Ja. Pferd überlebt euch alle. Es hat 75 Lebenspunkte. Weil ich glaube nicht, dass du die Sonderfertigkeit meintest, die es gibt. Weil das ist ein Kraftwerkprobe gegen das Pferd. Das macht niemandem Spaß. Nein, das hätte ich gegenüber sie gemacht. Aber der hat ja auch nicht die Sonderfertigkeit. Ich, ähm... Das hat Körperkraft nur 25. Sag mal, wenn ich meinen Falken aus dem Stall rauspfeifen will, dass er nach oben rausfliegt, ist das eine eigene Aktion komplett? Oder kann ich das, während ich zurückgehe, ein paar Schritte auch machen? Das ist eine Falkenaktion. Das kannst du gleichzeitig machen. Gut. Ähm... Dann mache ich sozusagen so ein Pfeifgeräusch, was, ähm... meinen Falken auf jeden Fall rausfliegen lässt. Und... nach oben. Über mir. So wie er das wahrscheinlich von der Jagd gewohnt ist. Und, ähm... Gehe ein paar Schritte zurück. Ähm... Du musst keine Körperbärschen zu machen, die waren ja nicht in Nahkampfreichweite. Mhm. Und, äh... Ruft den Räubern zu, ähm... Gebt auf, äh... Mein Falke wird euch die Augen ausstechen. Und das, was von euch übrig bleibt, werde ich Ukurion überlassen. Und dann seid ihr ganz sicher des Todes. Ich habe mal eine, äh... Einschüchterprobe. Anscheinend. Ich glaube, es ist bestimmt Flavius' große Stärke, das Einschüchtern. Hihii. Oh ja. Schön, dass sie den Prä ausgeweihten. Der kommt dann und nicht der Ritter in der vollen Platze und dem Schwert. Du wirst die verurteilen zum Tode lassen. Fertig. So. So meine ich das. Der Ritter tötet sie. Das wäre dann, da braucht man niemanden mehr verurteilen, das ist okay. Ja, aber... Ich glaube, die haben jetzt nicht so viel Angst um ihre Seele, um ihre Seele. Ja, aber ich glaube, Ukurion hatte sie ja nun so eingeschüchtert gehabt, deswegen habe ich da gedacht, so, er macht ein bisschen mehr Eindruck in dem Moment. Also, dann können wir ja auch vielleicht einfach unsere Prozesse noch irgendwie umändern. Ähm, wir können dann ja einfach was anderes machen. Dann müsste Bandspraller sein, dann hat man beides nur einem. Also, mit einer 4-4-7 schaffe ich sogar einschüchtern. Ich habe immerhin einen Fertigkeitspunkt inzwischen da drin. No. Und du hattest ein oder zwei Chip bisher verbraucht? Ich hätte einen Chip verbraucht. Aber ich muss keinen Chip verbrauchen. Nein, nein, ich wollte... Ich führe nur ein Buch darüber. Achso, ja, ja, ein Chip habe ich verbraucht. Den habe ich vorhin eingesetzt. Wie viel QS? Ja, eins. Ich habe nur einen Punkt da drin. Eins, Kraft. Wo ist der letzte Wert bei Willenskraft, äh, Rata? Äh, Charisma. Das weiß ich auch nicht auswendig, muss ich nachgucken. Ich kann die Qualitätsstufe erhöhen, ne, mit einem Chip. Ja, ein Chip heißt QS. Ja, mache ich. Okay. Äh, die widerstehen dir trotzdem. No. Also, einer... Ich würfel drei... Ich würfel tatsächlich für jeden Einzelnen. Der auf jeden Fall. Und der auch auf jeden Fall. Aber jetzt sind schon mal ein paar gute Nummern hier, inklusive zwei Einzelnen sind schon mal weg. Drei Einzelnen sogar. Ja, die Katamassen würfeln sich die weg. Okay, Chip verbraucht. Trotzdem... Äh, das ist allerdings dann auch deine Aktion, ne? Gut. Die gucken jetzt, die drehen sich um, sehen das Pferd... Sagen. Nee. Also, der kommt sonst nicht. Der eine hat ja noch in der einen Hand sein Säbel, der andere zieht jetzt den Säbel. Und beide attackieren das Pferd. Das Pferd hat schon versucht auszuweichen. Er... Er... Er trifft auch. Er trifft auch. Nee, einer trifft. Der andere dank Schmerz nicht. Acht Punkte. Schöne, fette Runde, so einmal über den Oberschenkel vom Vorderbein. Hinterbein, das war nämlich, äh, Räuber drei. Entschuldigung, Räuber zwei steht tatsächlich jetzt mehr vor dem... So seitlich vor dem... Am vorderen Ende vom Pferd. Lass Trondes Pferd in Ruhe! Ich bin für nichts entsetzt, dass die ein Pferd angreifen. Ein Tier. Also... Ja, mein Katz. Das ist tatsächlich das, womit ihr jetzt in den kommen könntet. Und die wollen noch ihren Spaß mit euch. Mhm. Dann hab ich gleich mit denen... Die haben ja auch mitfälligen ihre Ware. Das ist denen gerade egal. Die haben noch eine Rechnung mit den beiden offen. Die wurden gedemütigt. Vor allen Dingen der eine. Ev hat ihn in den Schnee geworfen und ihn übermannt. Er ist so richtig sauer auf, Ev. Also wenn ich jeden, der mich jemals in den Schnee geworfen hätte, versuchen würde, umzubringen, gäbe es eine Menge... Ja, nein, er hat ihn nicht nur in den Schnee geworfen. Er hat ihn ein bisschen mehr in den Schnee geworfen. Er hat ihn... Okay. Ähm... Dann ist Ev dran. Also, du reitest noch, du bist hier in Bewegung. Sie haben dich nicht richtig unterstellt, aber sie kommen so herangerannt und versuchen, das Pferd so zu attackieren. Mein Pferd will sie nochmal überrennen. Bist du dir sicher? Wobei, den kann ja jetzt weglaufen, Flavia, und ich kann mit dem Pferd auch abhauen. Dann machen wir es so. Ich laufe weg. Reiten, Probe minus zwei. Du hast noch Chips, direkt dran. Ich hab's auch so geschafft. Reitest du jetzt davon? In welche Richtung? Nach... Stadt. Okay, also hier so. Okay. Ja. Dann sind jetzt die... Dann ist jetzt Flavia... Nein, Räuber 1 ist dran. Mit der Peitsche. Mhm. Der rennt tatsächlich einfach nur auf Flavia zu, äh, oder hier so hin. Volle... Vollen... Vollen Sprint. Versucht ihr den Weg abzuschneiden? Der eine ist ja schon genug verletzt, ne? Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn. Also ich renne natürlich in seine Richtung, auf Räuber 1. Ich renne in Ifs Richtung. Und wenn der mir da meint, den Weg zu kommen, schieße ich auf ihn. Und zwar mit einem präzisen Schuss. Nein, natürlich nicht. Ich finde ja nicht blöd. Äh... Wie läufst du denn? Hier so? Oder wie? Oder da? Also nach... Nach... Also so irgendwie? Oder einfach... Genau, ja. Zwei Schritte nach hier? Nee, nee. Einfach so da, wo du es jetzt hingestellt hast. Das passt ganz gut. Ähm... Mit einem präzisen Schuss. Okay. Und dann schieß mal mit einem präzisen Schuss auf ihn. Ja. Kein Ding. Oh, ne 1? Aber nicht bestätigt. Also er weicht aus, aber er kriegt jetzt keinen Passierschlag, den er auch nicht bekommen hätte. Aber ich hätte ihn erlaubt, sich ein wenig zu neu zu positionieren. Okay. Äh... Dann ist Räuber 3 und Räuber 2 sind dran. Räuber 2... Räuber 2... Äh... Ist ja sehr langsam jetzt, dadurch, dass er verwundet ist, rennt irgendwie so. Und Räuber 3 rennt jetzt tatsächlich bis auf... bis an Flavia dran. Der nimmt seine ganze... Links und... Jetzt ergib dich endlich, du Schrampe. Du hast doch keine... Ihr habt doch keine Chance. Dann guck, deine Freundin hat es erkannt. Die haut schon ab, wenn ihr fährt. Die lässt dich hier im Stich. Jetzt erst auf die Lebenspunkte gucken und dann entscheiden. Dann ist Isa dran. Also If mit ihrem Pferd. Du hast gute Distanz zwischen dir und den Räubern. Du könntest jetzt... Ja, schön. ...sicher davon kommen. Oder du könntest das Pferd wenden, deine Geschwindigkeit drosseln dabei natürlich. Und dann, äh, äh, für, für, für Flavia zurückkommen. Ist das nicht schön, wenn ich die Option so... ...genau ausschildere? Äh... Ich hab leider keine Ahnung vom Pferden. Weil ich hab gerade überlegt, ob ich das Pferd einfach zurückschicke und... ...die dann hoffentlich checken, dass irgendwas los ist. Aber die müssen ja nicht mal, wo lang sie müssen. Wow. Nein, ich drehe ja nicht. Also die wären noch in zwei Stunden da. Vielleicht drei. Aber ich weiß ja nicht, ob das Pferd dann zurückläuft. Oder ob das... ...sich verirrt oder so. Das Pferd bitte gerettet ist so mühsam und dann... Ich glaube, das Pferd würde das zurückfinden. Das war eine gerade Straße. Das Pferd ist trainiert. Äh, also ich glaube schon, das Pferd würde das... Also persönlich würde ich denken, ein Pferd würde das schaffen. Ein so trainiertes Pferd. Okay, dann mache ich das so. Dann hänge ich meinen... ...Sex-Anhänger dran. Und dann schicke ich's weg. Also ich stecke... Also ich bremse es. Wiebe Kunde! Geh zu Kunde! Okay. Lauf! Lauf! Ich geh! Hier rennen! Galoppier! Weißt du was? Ich lasse dich nicht mal würfeln. Ich finde das eine sehr, sehr selbstlose Aktion. Von daher sage ich einfach, die Tierkundeprobe gelingt dir. Cool. Und dann, was machst du, nachdem du das getan hast? Stürzt du dich in den Kampf, oder... Okay. Okay, also du springst ab. Erstmal... Erstmal werfe ich meinen... Versuch dann... Also wenn ich dann da bin, werfe ich irgendwann meinen Wurfdolch, wenn ich so weit bin. Also du... Hast du auch schnell ziehen? Nee. Ich habe nur verbessertes Ausgleich. Dann kannst du in dieser Runde den Wurfdolch zumindest breit machen. Okay. Zusätzlich zum Absteigen und den Fax-Anhänger dranhängen. Erlaube ich dir dann noch den Dings. Und ich... Ja. Okay. Du bist noch außer Nahkampfreichweiße. Die könnten nicht an dich rankommen im Moment. Aber du könntest, wenn sie... Falls sie sich auf dich zu bewegen... Oder du dich dann bewegst, kannst du nah genug dran, um auf kurze Distanz den Wurfdolch zu werfen. Okay. Und ich habe die ganze Zeit die Plus Eins für den Wurfdolch für die Nahdistanz vergessen. Okay. Räuber Eins ist dran. Ja, Flavia, du hattest dich ja da so bewegt. Er kommt nah genug dran. Oh, dass er vom Räuber fehlt. Räuber ist auf zwei Meter nur nah. Ja, ja, die sind ja immer so auf zwei Meter... Okay. Hatte ich ja gesagt, die kommen bis auf zwei Meter dran und werfen. Der, äh, äh... Weißt du, was der macht? Der kommt jetzt dran und macht eine Raufenattacke gegen dich und versucht, dich festzuhalten, einen Haltegriff zu nehmen. Schafft das aber nicht, seine Raufenattacke. Und dann bist du dran, Flavia. Ich renne an Räuber 3 in Richtung Yves vorbei. Er hat eine Körper... Wenn du keine Attacke... Eine Körperversion ist vor, die um zwei erschwert ist. Für zwei Gegner. Ähm... Also, das Rennen ist ja meine freie Aktion, ne? Ich möchte dann noch was tun. Darf ich aber? Fünf... Ja, mit null Punkten schaffe ich aber. Gut. Du hast dich erfolgreich gelöst, oder? Ja. Ich möchte mal... Als ich gesehen habe, dass, äh, Ev, ähm... das Pferd losgeschickt hat, äh, möchte ich meinen Falken zu pfeifen, ähm... suche, dass er... ...hinterher fliegt. Okay. Denn der wird auf jeden Fall den Weg zu mir zurückfinden können. Gut. Dann bewegst du dich jetzt hier rüber. Also, ich möchte einfach, dass der Falke sozusagen dem Pferd folgt, ähm, das wird er von der einen oder anderen Jagd auch schon kennen und dann natürlich zu mir zurückkehren durch eben die Verbindung, ähm, ja. Deswegen teile ich ihm den Befehl, such. Und das ist deine Aktion? Ist das eine Aktion? Befehle zu pfeifen einem Tier? Ist das eine Aktion oder ist es keine Aktion? Nein, weil du sagtest, du möchtest noch was tun. Ach so, ja, ja, das, das, das mit meinem Falken, aber wenn das eine eigene... Kommt drauf an, ist das eine eigene Aktion? Dann ist das eine eigene Aktion. Dann mache ich das während des Laufens. Dass ich ihm das sozusagen Tierkunde probe oder so. Muss ich da ablegen, ne? Ja. Ähm, Tierkunde... Dürfte aber kein Problem sein. Was machen wir für den Falken, ob der das den Kommando, das Kommando versteht? Also, du möchtest, dass er aufs Pferd, dass dem Pferd folgt, ja? Genau. Okay. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Qualität... Tierkunde Qualitätsstufe 5. Das ist doch eigentlich einfach nur eine Klugheitsprobe für den Falken, oder? Ich sage, äh, ja. Also, er hat ja den Jagdaufsatz, ne? Dann würde ich sagen, das ist die Klugheitsprobe um... Wie viel QL hattest du übrig auf deine Tierkunde-Probe? Fünf. Also, Punkte? QL. Nee, QL. Ah, QS. Qualitätsstufe, es ist fünf. Ja. Du hast Qualitätsstufe fünf. Ja. Nein, Qualitätsstufe meint fünf Punkte übrig. Qualitätsstufe fünf hieße ja... Ich hab 13 Fertigkeitspunkte drin, und hier, Freund. Dann hast du sogar... Dann ist ja sogar... Sechs. Nee, nee, das sind fünf. Ist immer noch Qualitätsstufe fünf. Ja, aber Tierfragen gibt ja einen Bonus-QS. Achso. Ja, dann hab ich Qualitätsstufe sechs. Zwölf ist vier, drei... Du hast 13 Punkte. Ich hab 13 Punkte da drin, ja. Dann... Dann ist das eine sechs. Dann ist sie sogar um sechs erleichtert, die Klugheitsprobe. Hm. 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 Ich muss ihn erst mal finden. Gott, ich hab ihn hier nicht als Bogen. Vielleicht ist das der eine eindeutig, wenn du irgendwas unter sechs würfelst. Oder unter sieben. Eine vier. Ja. Das brauch ich nicht suchen. Ich suche mir trotzdem den Bogen mal raus. Ich hab doch... Hier, da ist... Der schluck Kluge. Okay, dann folgt der Falke. Und dann möchtest du noch dein... Wie gesagt, freie Aktion. Was ist deine... Achso, okay. Freie Aktion. Warte mal. Was hat er denn für Klugheit? Zwölf. Okay. Ähm... Ich schieße auf Räuber 2 nochmal. Okay. Dann schieße ich auf Räuber 2 nochmal. Aber mit normalen Schuhen, ja. Aber kein Ding. Hätte er jetzt nicht zwei Schmerzstufen, wäre er dem tatsächlich ausgewichen. So, aber ist sein Bein schwerfällig und er schafft es nicht, rechtzeitig zur Seite zu gehen. Sechs? Nee. Warte mal. Sieben. Plus den einen, ne? Okay. Also sieben. Okay. Ja. Ja. Ihr macht euch das Leben doch nur selber schwer. Jetzt... Gebt doch endlich auf. Und in dem geht... Oh. Wieso ist das jetzt nicht gekoopt? Können wir das über alles bewegen? Dankeschön. Mit dem geht der Räuber hier quasi komplett um dich herum. Ähm. Und, äh... Ja, der macht auch eine Raufenattacke. Die diesmal gelingt. Äh, wie war das bei Haltegriff? Äh, kein Schaden, ne? Sondern einfach nur... Kein Schaden, nee. Nee. Einfach nur dann, äh... Kraftakt heißt das auf Deutsch, da haben wir es. Kann aber mit einer 1 ausweichen. Ach so, du bist ausgewichen. Okay, dann... Dann brauchen wir den Kraftakt gar nicht würfeln. Bestetigt. Dann darfst du selber zurückraufen. Yeah. Ich hab auch hier ne Verteidigungsglückstreffer-Tabelle. Wenn du wollt. Äh. Wir machen einfach nur... Noch ne Raupen, ja. Ja, Passierschlag mit Minus 4... Gegenangriff oder wie auch immer. Hier. Ja, würde ich schaffen. Gut, dann... Ähm... Ich hab versucht gar nicht auszuweichen. Mach ne... Mach 1W6 Schaden. Ich trete ihn. Darf auch meine Verträgen nicht auswerfen, ausweichen. Genau, darf man auch nicht, ne? Na, aber Schaden ist... Was ist das? 1W6. 1W6. Ja, 2... Ähm... Ja, 2... Okay. Ja, ein kleiner Schienbeintritt. If, du bist dran. Haben die dann bemerkt, dass du zurückgekommen bist? Ja, Rauber 2 war... Hat in deine Richtung... Guckt in deine Richtung. Tja. Aber Räuber 2 möchte ich auf meinen Wurfdolch in den Körperrahmen werfen. Kann ich mit dem Wurfdolch im absoluten Nahkampf stechen, wie mit dem Dolch? Ja, ich glaube, er kann das tatsächlich werfen. Als improvisierte Waffe, glaube ich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, improvisierte Waffe. Nein, nein, improvisierte Waffe. Also du hättest... Ich glaube, es ist Minus 2 oder so, ne? Zum Treffen. Äh, ja... Ne, es tatsächlich... Äh, improvisiert heißt... Pazza Chance bei 19 und 20. Oder so. Ja, irgendwie sowas. Ah, ja. Also ich würde treffen, wenn er treffen darf. Äh, ja, dann mach mal Schaden. Er hat ja versucht, den Pfeil auszuweichen. Yes, sir. Das sind... 6 Schaden. Okay. Ja, der setzt dich erstmal auf seinen Boden. Auf den Hosenboden. Yes. Jetzt habe ich noch keinen Wurfdeutsch mehr. Okay. Ja, der könnte es ja wieder rausziehen. Und dann lässt sich das Blut an der Hose abschmieren. Ja, Räuber 1. Räuber 1 kommt jetzt. Und der... haut erstmal mit seiner Peitsche zu. Was er trifft. Und dann noch... Hat er den Säbel in der anderen Hand gezückt. Minus 6, ne? Erste Attacke ist minus 2, die zweite Attacke minus 6, ne? Wenn man beidhändig kämpft und da... Ja. Keine Appellente hat. Ja, dann treffen beide. Würden beide treffen. Ähm... War das nicht vorhin? Achso. Das war von Räuber 3. Nee, das war in dieser Runde. Das war ja... Okay, ja. Du warst noch nicht wieder dran. Du kommst jetzt als nächstes. Ja, ja, ja. Nein, also mit einer 2... Warte mal. 5. Also... Um wie viel insgesamt? Ich habe eine 2 gewürfelt. Ich habe ausweichen 6. Insgesamt um minus 4, ja. Ja, dann kommst du hin. Also bist du der Peitsche ausgewichen und dann kommt noch der Säbel. Ja, dem... Dann müsstest du auch noch mal aufweichen. Ja, kann ich nicht mehr. Das wäre dann... Auf eine 1. Ja, kann ich. Ja. Nein. Gut. Oder nicht gut. 7 Punkte. Ja, okay. Kratzt es in den Hals? Es tut weh! Aber ich bin noch nicht bei 2. Also es... Okay. Ja, also... Brotten krümm ich mich, oder? So zusammen, ja. Du bist bewusstlos in dem Sinne. Kampfunfähig. Mhm. Gut. Nur um das... Müssen wir das restliche Abenteuer dann zu dritt erst mal machen, wenn die beiden jetzt erst mal ein paar Wochen im Gasthaus liegen? Das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja gar nicht, was sie jetzt machen. Stimmt, vielleicht müssen wir es für immer alleine spielen. Vielleicht sind wir doch... Vielleicht müssen wir einen Ersatzspieler finden. Hm? Äh, Flavia, du bist dran. Ich habe ja noch Chancen. Also noch bin ich nicht bei Schmerzstufe 2. Von daher, ähm... Renne ich zurück. So, zu If, da. Und... Körperbeherrschungsprobe. Ich war doch schon an ihm vorbei. Ich bin eben doch ausgewichen und hatte dann Passierschlag und dann... Ich glaube, Thorsten hängt es, bewegt sich keine Millimeter. Aber so oder so, wenn die wieder im Nahkampf gegangen sind, bis wir im Nahkampf aus dem du auch zurückweichen möchtest, dann ist das immer ein Passierschlag. Äh, es ist immer eine... Körperbeherrschungsprobe, sonst Passierschlag. Okay. So, bin ich wieder da? Ja. Also die haben dich, falls du Roll20, dann musst du vielleicht aktualisieren. Die haben dich in die Mangel genommen. Der eine ist vor dir, der andere ist hinter dir. Theoretisch hätte ich dir sogar noch minus 4 geben müssen für den Rückenangriff. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du wusstest, dass der da ist. Dass du dich irgendwie doch noch so zu beiden zugedreht hast. Ja, aber ich bin halt immer einen Schritt schneller als die, ne? Aber gut. Äh, ist in Ordnung. Nein, nein, du bist ja seit... Sie haben ja... Ja, ja. Nein, nein, es ist... Aber Körperbeherrschung würde ich schaffen. Um 3 erschwert. Weil 2 Gegner plus deine... Ja, mit einer 6. Das ist kein Ding. Dann nochmal eine 9. Ist auch kein Ding. Und K.O. Habe ich eine 10. Und ich habe aber 5 Punkte drin. Okay. Also Qualitätsstufe 1 mit einem Punkt übrig, aber ja. Du bist im Übrigen auch jetzt nicht mehr schneller als die. Weil du hast eine Schmerzstufe 1 und die Räuber 3 und Räuber 1 haben noch keine Schmerzstufe. Achso. Okay. Du bist jetzt genauso schnell wie die. Mhm. Aber wollte ich dir nur sagen, du kannst also... Ich ziehe mich trotzdem dahin zurück, wo Yves ist, dass ich neben Yves stehe. Okay. Und was ist das so eine Weise entscheidend? Dass ich da niemanden hinter mir habe in meinem Rücken. Außer Yves höchstens. Weißt du so? Ihr kämpft so Rücken an Rücken? Ja! Oh ja. Gibt es da noch einen Bonus für coole Moves und so? Ich habe das Spezial- Ich habe das Kommunal- Ich habe das Manöver bei mir als Sonderfeld- als Kampfsonderfeld- Fertigkeit eingeführt. Cool. Aber beide müssen das haben. Da scheitert es schon dran. Und dann gibt es entsprechende Boni. Beziehungsweise ist es schwieriger für die Gegner eine vorteilhafte Position einzunehmen und so weiter. Ah, okay. Ja. Das machst du, okay. Und schieße. Und wollte ich gerade sagen, schießt du auch noch oder nicht? Ja, natürlich. Ja, gut. Dann mach mal. Denk an die Minus 1. Aber du kriegst auch Plus 2 für kurze Distanz. Ja, ich mach wieder trotzdem einen präzisen Schuss. Das heißt, Minus 1, Plus 2, macht Plus 1. Okay, der geht trotzdem daneben. So präzise wäre Schuss. Ja, es war eine 19. Dann ist Räuber 3 wieder dran. Dann hat If ja nochmal Glück gehabt. Mhm. Oh ja, guck mal, da ist jetzt auch ein If. Das I und das F zusammen auf der Karte ist jetzt, da gibt es auch If. Das muss ein Zeichen sein. Das heißt ja sinnbildlich, dieses Wenn, äh, dieses Fals. 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 Heißt ja Fals, nicht Wenn. Ja, ja, genau. Und wir stehen so, Schulter an Schulter gemeinsam. Räuber 3, guck dich an. Und mein, ich, du dummes Stück, ich hab dir die Chance gegeben, dich zu ergeben, aber ihr wollt wohl unbedingt sterben. Und, äh, ja, anstatt jetzt nochmal einen Raufenattack zu versuchen, zieht er seinen Säbel, während er dann auf dich zustürmt. Und attackiert dich mit einem Wuchtschlag, der auch treffen würde. Also wie war das? Ihr hattet zwei Heiltränke jeder im Inventar? Ja, auf jeden Fall. Nicht. Äh, nicht If, äh, äh, Flavia. Ah, ja. Die, die ist hier diejenige, die die Leute mit Pfeilen bespickt. Ja, ich versuche, dem auszuweichen. Ja? Ja. Irgendwas erschwert, außer meinem Schmerz? Nein, nur den Schmerz. Acht. Nein. Wie gesagt, das war Wuchtschlag. Das sind zehn Punkte. Aua. Aua. Äh, schreibst du Kurien in Gedanken schon, die beerdet? Aua. Ohohoho. Aber, der kommt schon auf. Ohohoho. Oooohoho. Ich schrei ja nicht umsonst heute schwarz. Wow, danke. Aua, ich bin bei Schmerzstufe zwei. Schrei dich erschreckend. Ja, ich schrei auf. Ich ergebe mich, oder? Und wir haben ja gesehen, wie das Pferd und der Falke weg sind, ne? Ja. Ja, noch nicht außer Sichtweite, aber weit genug weg, dass ihr sicher seid, dass sie bestimmt nicht das Pferd einholen werden. Ja, also als ich getroffen wurde, gucke ich so ein bisschen so rüber. Meinst du, die sind schnell genug hier? Okay, ich schmeiß mein Deutsch davon. Und ich lass meinen Bogen fallen. Und natürlich sind das klassische Bösewichte, die jetzt erstmal euch genau erzählen werden, was sie alles mit euch vorhaben, bevor sie es dann tatsächlich tun. Wunderbar. Das ist mal besonders gut. Ich bin so nett. Wir wollen auch keine Vergewaltigungszenen hier auf Twitch beschreiben, um nicht gegen die Twitch-Regeln zu verstoßen. Beschreiben sowieso nicht, auch nicht erwähnen. Sie sind natürlich fuchstorfelswild, dass ihr das Pferd ihnen abgenommen habt. Ihr dummen Miststücke. Wir, nicht nur, habt ihr uns den Kuh mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Wagen vermasselt, wo wertvolle Sachen aus dem Süden geladen waren. Nein, auch das Pferd musstet ihr uns nehmen. Könnt ihr euch nicht einfach aus dem Scheiß raushalten und fesseln euch so an die Betten? Äh, im Haus? Ja, die bringen euch ins Haus, fesseln euch, durchsuchen euch, haben dabei sehr viel Spaß bei dem euch durchsuchen, auch unter der Kleidung und so. Also, ihr werdet schon grob betatscht. Nehmen alles, was ihr an Waffen habt, ab. Ziehen euch die Schuhe aus, ganz wichtig. Die Socken. Nehmen eure Kleidung. Ja, falls ihr was sprechen wollt, im Schnee kommt ihr nicht weit. Ja, schon klar. Ohne Schuhe und Socken. Ihr Mistkerle, das wird euch noch leid tun. Ja, die Lederrüstung würden sie dir ausziehen und so weiter. Und wie gesagt, falls ihr irgendwelche versteckten Waffen haben, die würden sie auch finden. Ja. Da sind keine trotteligen Bösewichter. Mein Jagdmesser vermutlich. Mein Stein. Ja. Und, ähm... Ein Stein? Ein Wurfstein, ja. Als Wurfwaffe. Habe ich immer dabei. Ja. Und, äh, wie gesagt, und dann fesseln sie euch, äh, vernünftig ans Bett so. Ne, oh, dass die Arme schön weggestreckt sind, dass ihr da auch keinen, äh, keinen großartigen Raum habt, um euch rauszuwinden. Und da verlassen wir diese Szene jetzt. Sie sind ja auch noch, haben ja auch noch einen Kameraden, den sie versorgen müssen. Und sie haben auch, das Essen ist auch fertig. Es ist also noch einige Zeit, bevor sie, ähm, dann die, die ersehnte Bettwärme suchen. Vielen Dank. Vielen Dank.